Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd August 1942 Die Panzer rollen. Der Vormarsch geht voran wie 1941. Wir rücken so schnell vor, dass der Russe in einigen Bereichen tatsächlich überflügelt wird. Aber für Mensch und vor allen Dingen unsere Panzer ist dieses weite Vorrücken und Raumgewinn nicht vorteilhaft. Alle 50 km fällt ein Panzer aus und muss wieder zusammengefleckt werden. Die Instandsetzungszüge leisten Unvorstellbares und schaffen es doch immer wieder die stehlenden Kolosse in Fahrt zu bringen. Ich fahre nun schon ein paar Tage mit der Besatzung von Feldwebel Unterstieg auf dem Panzer III. Die Kameraden haben sich schnell an mich gewöhnt und der Kommandant vertraut mir, der auch schon von den anderen gehört hat, dass ich ein zuverlässiger Richtschützer bin. Es ist nicht nur das EK1 an meiner Panzerjacke das mich auszeichnet, eher die Geschichten um den T34 Husarenritt oder andere Kampfberichte von mir und meiner alten Besatzung. Ja, als alter Hase hat man schon einen gewissen Ruf im Regiment. Trotzdem wäre ich gerne wieder bei meiner Isolde und bei Peter, dem Funker. Ich hatte kurz die Gelegenheit mit dem jetzigen Kommandanten zu sprechen. Der Herr Leutnant macht einen guten Eindruck und er hat schon ein paar beachtliche Abschüsse erzielt. Aber er will, solange er die Isolde noch hat, an seinem jetzigen Richtschützen festhalten. Kann ich gut verstehen, man wächst ja auch irgendwie zusammen. Ich liebäugle ja auch immer wieder mit unseren Langrohrpanzern, das wäre was. Da kann man mal den Russen richtig ein vor den Latzballern ohne dicht dran zu müssen. In jeder freien Minute bin ich bei den neuen Fahrzeugen und erwische mich hinter der Optik mit den Kameraden dort vor Ort. Diese Kampfentfernung ist schon enorm und ich denke im verbundenen Gefecht ist das die Antwort auf die T34 und auch auf die KW1. Aber mehr als über Schmidt dem Hauptmann in den Ohren zu liegen um eine Besatzung mit Langrohr zu bekommen geht nicht. Naja wir werden sehen. Die Tage fliegen nur so dahin. Marsch, Kampf, Marsch und wieder Kampf. Kraftstoff wird knapp, abwarten. Nachtlager suchen, kaum Gegenangriffe, vereinzelte Flieger. Ich höre von Schmidt das wir weiter Richtung der Ölquellen vorstoßen sollen. Wenn wir die im Sack haben dann ist der Russe fertig und wir können hier in der Tiefe Russlands unser eigenes Benzin herstellen lassen. Das wäre was und der Russe würde dicke Backen machen. Hoffen wir mal dass die Versorgung bis dahin genug Nachschub liefert. Man schnappt hier und da was auf und es sollen noch 4 neue Panzer IV lang zu unserer Abteilung stoßen. In ein paar Tagen sollen die hier sein, erzählt man sich ob das so stimmt. Am Abend kommt ein Packzug an unserer Sammelstelle an und ich unterhalte mich angeregt mit den Besatzungen. Nette Burschen von der Panzerabwehr und wir verabreden uns am nächsten Tag für eine Einweisung an der 7,5 cm. In der Frühe nach einem kargen Frühstück und lauwarmen Malzkaffee bin ich wieder bei der Pack. Die bringen für mich ein Geschütz in Feuerstellung und der Richtschütze erklärt mir den Ablauf und auch das Anrichten. Ein paar Abschussringe sind schon am Rohr und ich denke der Richtschütze, Günther heißt er, hat schon so einiges hinter sich. Gerade im Winter 1941-1942 in der Verteidigungsstellung hatten die Packjungs alle Hände voll zu tun um immer wieder die Russenpanzer abzuschießen die durchgebrochen waren. Und so eine 7,5 cm Pack dreht man nicht mal eben wenn ein Panzer vorbei rast. Mit fast 1,5 Tonnen ist das nicht möglich. Da muss der Seitenrichtbereich herhalten. Er erklärt mir, dass eine gut eingespielte Besatzung bis zu 15 Schuss die Minute an den Feind bringen kann. Das ist schon mal eine ordentliche Leistung. Günther erzählt mir, dass er vorher eine 5 cm Pack geführt hat und die konnte man noch im Mannschaftszug im Stellungswechsel bewegen. Aber diese großen Packs können nur geschleppt werden. Später nahm ich den ganzen Trupp noch mit zu unserem Panzer III und erklärte denen wie es im Panzer so läuft. Günther meinte hier drin wäre man noch gut geschützt, wenigstens gegen Infanteriefeuer und Artilleriesplitter. Ich konnte das bestätigen aber ich erzählte dann auch was passiert wenn man doch mal getroffen wird. Alte Erinnerungen an unseren Abschuss kamen in mir hoch. Bilder die ich schon lange verdrängt hatte. Gute Kameraden sind damals gefallen. Es ist immer ein hoher Preis den wir bezahlen. Aber es geht immer weiter. Der nächste Tag. Es ging wieder weiter. Ich wurde der 4. Abteilung zugeteilt und dort als Richtschütze auf einem Panzer III eingesetzt. Die Parole ging rum, es sollte mit aller Macht bis zum Terek gehen. Der Marsch geht Richtung Nevinomp Yuskaya und wir haben tatsächlich zwei der neuen Panzer IV lang dabei. Flott geht es über einen Höhenzug und weiter Richtung Süden. Wir sind die Speerspitze des Regiments und wir fahren wie der Teufel. Auf einem Höhenrücken wird die Kompanie via Funk angehalten. Der Kommandant steht im Turm und ruft uns nach oben. Mit den Ferngläsern an den Augen können wir den Elbrus sehen. Meine Güte, was für ein Anblick in der Morgensonne. Ein unvergessliches Bild. Nun aber weiter und runter ins Tal durch diese Steppenwiesen. Einige Panzer fallen aus. Keine Feindeinwirkung, sondern ein ganz anderes Problem. Die sind heiß gelaufen. Es stellt sich heraus, dass die Pollen der Steppenblumen dafür verantwortlich sind. Filter werden gewechselt, die Fahrzeuge müssen abkühlen, aber einige können noch weiter und im Breitkeil geht es auf die Stadt zu. Schon bekommen wir Feuer. Aber die am Ortsrand aufgestellten Packs werden durch unsere Langrohrpanzer ausgeschaltet. Weiter geht es. Ein Flugplatz kommt in Sicht. Die Maschinen stehen friedensmäßig auf dem Rollfeld. Wir schwenken mit zwei Panzern III aus und greifen die Flugzeuge an. Nun ist der Ivan wach und man sieht Piloten zu den Maschinen laufen. Wir schießen, aber die Schüsse liegen nicht genau genug, also näher ran. Noch eine Ratter geht in Flammen auf, aber zwei scheinen zu starten oder die versuchen es zumindest. Wir kommen näher heran und sind schon auf dem Rollfeld. Der Kameradenpanzer schwenkt nach links weg und greift die eine Maschine an. Wir nehmen uns die andere vor. Der Kommandant gibt Anweisungen über Funk, dass wir direkt auf die Startenrad dazuhalten sollen. Bug-MG und Turm-MG schicken ihre Grüße in die Richtung der Maschine, aber diese rollt weiter. Kommandant zieht die Luke dicht und wir machen alles zu. Der Fahrer ruft noch mal laut festhalten, plötzlich ein lauter Knall und der Panzer wackelt bedrohlich. Wir rollen noch ein paar Meter und dann stehen wir. Unser Panzer brennt und wir kommen durch die Turmluke nicht raus. Also runter zum Fahrer und wir boten aus. Nun sehen wir die Bescherung. Wir sind durch den Jäger durchgerast und haben den völlig zerstört. Das Benzin ist überall auf den Panzer gespritzt. Schnell werfen wir Sand auf den Panzer und können so schnell die Flammen ersticken. Alle sind draußen, keiner ist verletzt. Alle vier Flugzeuge erwischt, die können uns nicht mehr ärgern. Unsere heiß gelaufenen Panzer schließen nun auch auf und sichern uns gegen etwaige Angriffe aus der kleinen Stadt. Eine Kette ist abgelaufen und wir machen uns an die Reparatur. Ordentlich was abgekriegt unser Panzer, aber die Dinger sind robust. Ich schaue mir die Trümmer der Maschine an und sehe den halb verbrannten Piloten unter dem Motorblock des Jägers liegen. Er hat es versucht. Hätte ich möglicherweise auch so gemacht, in einer solch aussichtslosen Situation. Zwei Stunden später ist der Tross vor Ort und wir rollen weiter. Kleine Widerstandsnester werden niedergekämpft und der Kampf um den Bahnhof beginnt. Eine Lok will noch Richtung Osten abdampfen, aber ein schneller Schuss in den Kessel vereitelt das Vorhaben. Wieder gute Beute gemacht, ein ganzer Zug voll Nahrungsmitteln. Weiter geht es, das Ziel ist die Eisenbahnbrücke über den Kuhbahn. Kurze Lagebesprechung. Nur vier Panzer werden nach vorne geworfen, um die Brücke zu nehmen. Ein Panzer 4 lang ist noch dabei, der andere ist schon ausgefallen. Wir sehen die Brücke. Ein kleines Loch klafft in der Mitte, wohl von einem Luftangriff, aber der Kompaniechef entscheidet die Brücke im Handstreich zu nehmen, wenn das mal klappt. Der Panzer 4 und ein weiterer Panzer 3 werden zur Sicherung abgestellt und können so das andere Ufer bestreichen. Dort werden zwei Bunker ausgemacht, aber ein paar Granaten in die Richtung und es gibt keine Bewegung mehr dort. Mit zwei Panzern soll es schnell rüber gehen, ein Himmelfahrtskommando. 40 Meter geht es dort in die Tiefe und der Kuhbahn schäumt rauschend unter der Brücke durch. Das Wasser aus dem Kaukasus fließt hier durch. Wer da reinfällt, der hat es hinter sich. Mir ist nicht wohl bei der Sache, aber der Kompaniechef fährt spitze und wir gleich dahinter. Ich denke bei mir, dass so eine wichtige Brücke doch gesprengt werden muss. Die warten bestimmt bis wir in der Mitte sind und dann ab dafür und weg ist die Brücke. Ich streiche diese Gedanken aus meinem Kopf und konzentriere mich auf die Befehle des Kommandanten. Der Fahrer bringt uns gut auf die Brücke und in flotter Fahrt geht es auf die andere Seite. Schier endlos lange hat es gedauert auf die andere Uferseite zu kommen. Keine Sprengung, kein Beschuss. Wir sind einfach zu schnell vorgerückt und der Russe hat uns hier nicht erwartet. Nun sind wir drüben und bilden so einen kleinen Brückenkopf. Wir stellen uns links und rechts der Brücke auf und nutzen die Bodensenken zur Deckung. Aber wir müssen warten. Die Kratzschützen sollen kommen und uns sichern. Da geht es auch schon wieder los. Kleine Trupps der Russen greifen an, aber scheinbar nur mit Gewehren bewaffnet und dabei noch einige Handgranaten. So können die gegen uns nichts ausrichten. Sie kommen zwar bis auf 50 Meter ran, aber dann brechen die Angriffe im Kreuzfeuer unser Panzer zusammen. Der Panzer 4 lang auf der anderen Seite kann noch zwei Lkw und einen Funkwagen in Brand schießen, die sich scheinbar absetzen wollten. Dann wird es ruhiger und endlich erscheinen die Kratzschützen. Wir haben die Stadt in unserer Hand und der Stab sowie der Tross suche schon Quartiere. Bis zu den Ölfeldern soll es noch gehen. Dieses Land ist so groß und es scheint nicht enden zu wollen. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd August 1942 Viel Zeit bleibt nicht nachdem wir die Brücke genommen haben. Der Kompaniechef spricht uns seine Anerkennung aus und macht sich seine Notizen. Aber wir müssen weiter. Der nächste Ort soll noch genommen werden um dem Russen die Versorgungsstraße auf der Rollbahn abzuschneiden. Richtung Pjatigorst geht es weiter. Aber das Gelände wird schlechter und wir kommen nur langsam voran. Als wir im Dunkeln die Straße erreichen will der Chef weiter vorrücken aber auch keine Überraschung erleben. Wir bleiben also alleine auf der Straße und sichern Gernosten. Die anderen Panzer rollen weiter auf die Ortschaft zu. Bald schon sind unsere Truppen außer Sicht und Hörweite und wir stehen alleine auf der Rollbahn. Stockdunkel hier, man kann kaum die Hand vor Augen sehen. Zwei Mann bleiben im Panzer und der Rest kann die Gegend erkunden. Nur nicht so weit weg, in diesem Dunkeln findet man niemanden wieder. Nach 2 Stunden und etwas Kaltverpflegung sehen wir abgeblendete Scheinwerfer aus Richtung Westen kommen. Na da sind unsere Truppen aber schnell vorangekommen. Ein Lkw hält auf uns zu und wir bleiben am Panzer stehen. Der Lkw stoppt und mein Kommandant geht zum Fahrer. Er will denen erklären, wo unsere Truppen schon sind. Ich lehne am Panzer, Ladeschütze und Funker sind austreten und der Fahrer schläft noch im Panzer. Plötzlich Geschrei und Pistolenschüsse knallen. Russen, das sind Russen höre ich noch den Kommandanten rufen, dann wieder ein Schrei. Ich springe auf den Panzer und versuche die MP aus dem Turm zu ziehen. Der Riemen hängt fest und ich muss den ganzen Kopf in den Panzer stecken um das blöde Ding herauszuziehen. Schon pfeift es an meinem Kopf vorbei. Noch ein Schuss und eine weitere Kugel prallt an der Turmverriegelung ab. Endlich habe ich die MP in der Hand und ziele auf den Mündungsblitz. Ich ziehe durch und der Rückstoß lässt mich taumeln, schiebt mich leicht nach hinten. Jetzt stolpere ich auch noch rückwärts und falle vom Panzer herunter. Im gleichen Moment geht eine MP-Gabe knapp über mich hinweg. Glück gehabt, sonst wäre ich jetzt im Eimer. Benommen rolle ich mich neben die Kette und versuche etwas zu erkennen. Neben dem LKW liegt mein Kommandant auf der Straße. Aber im Abblendlicht kann ich nicht erkennen, ob er noch lebt. Ich krieche unter dem Panzer durch. Wo sind bloß die anderen? Der Fahrer kann doch nicht immer noch pennen. Die anderen beiden haben keine Waffen mitgenommen. Die liegen sicher irgendwo in Deckung. Ich sehe hinter dem Panzer jemanden knien. Das ist keiner von uns. Wieder reiße ich den Abzug durch und der Russe wird zu Boden gerissen. Hass erfüllt stört er mich an und versucht seine MP in meine Richtung zu bringen. Noch ein Feuerstoß vor mir und die Kugeln schlagen direkt in sein Gesicht. Ich darf darüber jetzt nicht nachdenken, ich muss meine Kameraden beschützen. Ich krieche weiter unter dem Panzer durch und schiebe den toten Russen zur Seite. Blut und Hirnmasse klebt an mir. Als ich mich aufrichten will springt mich ein weiterer Ivan an und reißt mich zu Boden. Die MP fliegt mir aus der Hand und ich versuche den Kerl zu packen zu kriegen. Er ist viel stärker als ich, da habe ich keine Chance. Ich wehre mich mit dem Mut der Verzweiflung, aber es hilft nichts. Zwei Faustschläge ins Gesicht habe ich schon abbekommen und nun kniet der Schurke auf mir und greift nach etwas um mir den Schädel einzuschlagen. Jetzt ist es aus, der schlägt mich tot. Ich sehe noch schämenhaft wie er ausholt und dann lässt er den Knüppel fallen und Blut läuft aus seinem Mund. Er zuckt, er schreit, er will sich aufrichten, aber dann kippt er zur Seite. Nun sehe ich auch den Fahrer Hermann und das blutige Bayonet in seiner Hand. Ich bin fix und fertig, aber ich rappele mich auf. Was ist hier bloß los? Warum kommen die Russen aus dem Westen? Aus dem Straßengraben kommen nun auch die anderen Kameraden angehetzt. Sie waren zu weit weg um zu helfen und Waffen hatten sie auch keine dabei. Drei tote Russen und ein Lkw erbeutet. Aber der Kommandant, was war mit ihm geschehen? Wir ziehen ihn ins Licht. Zwei Löcher in der Brust, aber er atmet noch. Schnell werden Verbände angelegt und wir hoffen auf baldige Hilfe. Er hat viel Blut verloren, aber wo finden wir einen Sanitäter? Schnell ist es entschieden. Funker und Ladeschütze schnappen sich den Lkw und fahren dem Angriffsverband hinterher. Wir, wir warten hier ab und halten die Stellung. Die toten Russen rollen wir in den Graben. Der Lkw ist voller Fischkonserven. Ein paar davon werden fix gebunkert und ab geht es. Eine Russen MP gebe ich den beiden noch mit und hoffe, dass sie schnell einen Arzt finden. Hermann und ich bleiben beim Panzer. Ich drehe den Turm nach hinten. Das passiert mir nicht nochmal. Jetzt wird mir auch klar warum das Russen waren. Wir haben die letzte Rückzugsstraße abgeschnitten und die versuchen natürlich noch abzuhauen und fahren voll auf uns drauf. Mir geht es nicht gut. Der Kampf mit dem Russen hat mich doch mehr mitgenommen als ich dachte. Hermann hat ein Paar der Fischkonserven aufgemacht und nun wird da was gegessen. Er hat auch noch Schnaps im Panzer. Das ist der Abschuss Schnaps, den es bei erfolgreichen Abschüssen immer gibt. Wir trinken was und die Lebensgeister kommen langsam wieder. Eine halbe Stunde später sehen wir wieder Lkw auf uns zukommen. Wieder aus Westen. Die Nacht ist fast vorbei und wir können die Fahrzeuge erkennen. Russen verdammt nochmal und wir hier nur zu zweit. Diesmal sind es Lkw mit Packs im Schlepp. Egal wir können mit denen nicht sprechen, die müssen wir ausschalten bevor die abprotzen können. Wir lassen sie auf 100m rankommen und ich feuere eine 5cm Granate direkt in das erste Führerhaus. Ein lauter Knall und eine irre Detonation verrät mir, dass die Munition auf der Ladefläche mit hochgegangen ist. Hermann lädt nach und ich schieße auf den zweiten Lkw. Der steht nun auch und qualmt. Gestalten springen ab und ich schieße nochmal. Körper fliegen durch die Luft und ich sehe im Rauch, dass die tatsächlich versuchen die Pack in Stellung zu bringen. Ich wechsle an das Turm MG und halte dazwischen. Als ich den Abzug wieder loslasse liegen die Russen tot am Boden. Ich warte noch ab, schwenke den Turm hin und her aber die sind wohl alle verwundet oder tot. Und die Explosion? Die war sicherlich meilenweit zu hören und ich hoffe, dass wir bald Verstärkung bekommen. Der Morgen naht und wir machen uns auf die Suche nach russischen Überlebenden. Tatsächlich finden wir drei leicht verwundete und einen schwer verwundeten. Die legen wir abseits in den Graben und halten die in Schach so gut wir können. Wieder hören wir Motorengeräusche, aber nun ist es ein Schützenpanzerwagen der von Osten auf uns zuhält. Eine kleine Kampfgruppe. Also sind unsere Kameraden wohl angekommen und haben berichtet was hier los war. Ich bin froh, dass wir nun endlich Unterstützung bekommen. Die Kameraden unter Führung eines alten Oberfeldwebel räumen eilig die Straße frei und bringen das letzte Russen Geschütz in Feuerstellung. Er teilt mir mit, dass ich jetzt mit meinem Panzer hier warten soll, bis die anderen Kameraden nachrücken. 50 Schuss für die Pack werden geborgen. Das sollte genügen. Er weiß was er tut und baut aus den vorhandenen Mitteln in diesem Geländeabschnitt eine kleine Verteidigungslinie auf. Wir arbeiten mit und nach kurzer Zeit haben wir eine gute Abwehr gen Westen errichtet. Keine Minute zu früh, da rollen schon wieder Russen ran. Zehn Lkw kommen auf uns zu, der Oberfeld lässt gleich mit der Russen Pack den ersten Lkw in Brand schießen. Die Kolonne stoppt, die Russen ergeben sich. Neun Lkw mit Versorgungsgütern, Lebensmitteln und reichlich Wodka werden erbeutet. Auch diese Russen werden abseits zusammengefärscht und sind nun unsere Gefangenen. Die Beute Lkw werden etwas entfernt der Straße abgestellt, das wird den Tross sicher noch sehr freuen. Eine Flasche Wodka wandert noch in unsere Panzerkiste, man weiß ja nie. Wie lange soll das noch so weitergehen? Es ist schon Mittag und wir warten noch immer auf Befehle. Endlich am späten Nachmittag tauchen deutsche Fahrzeuge auf und rücken bis zu unserer Straßensperre vor. Die Lkw, die Pack und die gefangenen Russen werden übergeben und ich bekomme noch zwei Infanteristen zur Unterstützung in den Panzer. Der eine als Funke Ersatz am Bug MG und der andere als Ersatz Ladeschütze. Falls es doch noch brenzlig wird. Nun bin ich wohl der Kommandant und los geht es. Mit dem Schützenpanzerwagen hinter mir geht es weiter um Anschluss an unsere Kampfgruppe zu bekommen. Knapp 20 Kilometer fahren wir bis wir wieder auf eigene Truppen treffen. Wir kommen in Pjatigorsk an und der Ort ist schon fest in deutscher Hand. Als wir ankommen werden wir freudig begrüßt und der Kompaniechef lässt sich die Aufregung der letzten zwölf Stunden melden. Er teilt mir mit, dass unser Kommandant vor einer Stunde gestorben ist und dass sich nun bis wieder ein anderer Kommandant verfügbar ist als Ersatzkommandant den Panzer führen soll. Viel Verantwortung für einen kleinen Obergefreiten aber es geht hier in erster Linie um Erfahrung und der Herr Oberleutnant hat wohl einfach kein Personal mehr. Ich bin traurig dass unser Kommandant gestorben ist, er ist ein guter Kerl gewesen. Ich sitze mit der restlichen Besatzung zusammen und wir trinken auf den gefallenen Kameraden. Hier werden wir wohl ein paar Tage bleiben bis der Rest des Regiments aufgerückt ist. Endlich etwas Ruhe Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd August 1942 Endlich etwas Ruhe in dieser kleinen beschaulichen Stadt. Wir haben ein paar Tage für Instandsetzungen bekommen und das ist für Menschen und vor allen Dingen für das Material dringend notwendig. Die Stadt mit den knapp 50.000 Einwohnern ist immer noch voller Leben auch wenn wir hier als Besatzer auftreten. Die Menschen sind uns nicht feindlich gesonnen. Jetzt wo der Tross angekommen ist und wir die Stadt in Gänze unter Kontrolle haben kann man sich hier auch komplett frei bewegen. Ein großes Vorratslager kurz hinter der Stadt wurde durch die abrückenden Russen noch gesprengt, aber das zweite Lager wurde dann intakt übernommen. Riesen Kühllager im Proviant für eine ganze Division. Tonnenweise Stör wurde gefunden und ich denke hierdurch wird sich die Versorgungslage des Regiments deutlich verbessern. Es gab noch eine große Trauerfeier und unsere gefallenen Kameraden des letzten Angriffes wurden mit militärischen Ehren auf einem schönen Feldfriedhof beigesetzt. Die Abzeichen und die persönlichen Sachen von Oberfeldwebel Hund packen wir zusammen. Der Oberfeld hatte keine Auszeichnung an seiner Panzerjacke, denn er meinte er bliebe damit immer am Turm hängen. In seiner kleinen Holzkiste fand ich dann unter dem EK1 auch noch Abzeichen der Legion, also ein Panzermann der ersten Stunde und dann noch ein Brief von seiner Frau. Leider hatte ich nicht die Gelegenheit mehr mit ihm über Privates zu reden, aber die Kameraden erzählten er war seit längerem verheiratet und auch schon lange beim Regiment. Den Brief an seine Familie schreibt der Zugführer und ich bin heilfroh, dass ich so etwas nicht machen muss. Uns wird nur noch ein Richtschütze zugeteilt, der bis wir einen neuen Kommandanten haben bei uns mitfährt. Aber noch geht es nicht weiter. Wir genießen die Ruhe in dem Ort und nutzen die dienstfreie Zeit um ein paar Ausflüge in das Hinterland zu machen. Wir organisieren uns von der Instgruppe einen Kübel und fahren zu dritt Richtung Kieselowsk. Hier am Kaukasus sieht es doch sehr westlich aus. Gepflegte Häuser, Villen und Erholungsheime für die Oberschicht der Russen. Das konnte ich dann doch noch herausbekommen. Trotzdem immer mit Vorsicht unterwegs sein, da wir nicht wissen wo noch versprengte russische Soldaten stehen. Aber wir sind schon vorsichtig. Als wir in Kieselowsk ankommen scheint es so, dass hier tatsächlich noch keine deutschen Soldaten gesehen worden sind. Wir stellen den Wagen ab und gehen durch die Straßen. Die Leute hier schauen uns mit großen Augen an aber lassen uns in Ruhe. Ein die tatsächlich gut beleibt sind, gehen an uns vorüber und nicken uns freundlich zu. Da stimmt doch was nicht. Hermann kann etwas Russisch und nach kurzer Zeit treffen wir wieder drei Russen, die durch die Straßen schlendern. Wir halten die Gruppe an und zeigen natürlich auch unsere MPs die wir dabei haben und bekommen dann doch recht zügig und auch freundlich die Information, dass hier ein großes Erholungsheim für Offiziere der Roten Armee ist. Also ist diese Stadt noch komplett in russischer Hand und die wissen noch gar nicht das wir so weit vorgestoßen sind. So langsam kommt mir das nicht mehr so sicher vor. Und es dauert auch nicht lange und wir sehen einen Lkw mit zehn Russen auf der Ladefläche schwer bewaffnet und freundlich sehen die auch nicht aus. Wir müssen uns schleunigst aus dem Staube machen. Wir versuchen so schnell wie möglich zu unserem Wagen zu kommen und laufen wie die Windhunde durch die Straßen der Stadt. Endlich haben wir unseren Wagen gefunden und springen hinein. Der Anlasser heult auf und Hermann drückt ordentlich aufs Gas. Keine Sekunden zu früh denn schon kommt der russen Lkw um die Kurve gerast. Die ersten Schüsse werden auf uns abgefeuert. Nur raus aus dieser Mausefalle. Ich sitze hin und habe die MP im Anschlag. Der Wagen schleudert hin und her. Noch kann ich nicht zielen. Aber die Russen treffen auch nichts. Einige Geschosse schlagen neben uns in die Häuserwände ein oder knallen auf die Straße. Wenn die jetzt den Reifen treffen, na dann gute Nacht Marie. Weiter geht die wilde Verfolgungsjagd. Noch eine Kurve und wieder um eine Ecke herum. Die Russen lassen nicht locker. Wir müssen doch eigentlich nach Nordosten um auf die Straße Richtung Pyatigors zu kommen. Ich brülle Hermann an, dass er in die falsche Richtung fährt. Aber er schreit zurück, dass wir hier wohl erstmal rauskommen müssen. Im Zickzack geht es weiter und wir kommen langsam in die Vororte der Stadt. Nun müssen wir uns irgendwie zu unseren Truppen durchschlagen. Der Abstand wird größer und ich denke wir schaffen das. Aber weit gefehlt. Nach ein paar Kilometern sehen wir eine Straßensperre der Russen die aber sicherlich nicht mit uns rechnen. Also Vollgas und durch. Wir umkurven die Fahrzeuge auf der Straße und ich schicke im Vorbeifahren ein paar Grüße in die Richtung der Wachposten. Die werfen sich in den Dreck und ich denke die haben wohl die Hosen voll. Eugen versucht sich mit Hermann abzustimmen wo wir gerade sind und wohin wir fahren müssen. Nach dem Stand der Sonne müssten wir langsamer Richtung Osten fahren. Wir finden eine Straße und der Kompass zeigt uns an, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Immer noch schnell unterwegs sehen wir etwas abseits auf einem Feld fünf Lkw stehen und einige Russen die da herumlaufen. Wir sind gut 200 Meter weg und ich tippe Hermann an er solle vom Gas geben und nicht so viel Staub machen. Ich schnappe mir mein Fernglas und schaue mir die Russen an. Komische Lkw sieht aus als ob die da hinten drauf Schienen haben die im 45 Grad Winkel aufgebaut sind. Die Russen packen da gerade lange Rohre drauf und ich kann mir nicht erklären was das sein soll. Wir halten an und warten ab. Da wir nicht mehr verfolgt werden und scheinbar die Russen auf dem Feld uns nicht gesehen haben bleiben wir in Deckung und warten. Eugen meint wir können mit einem schnellen Manöver knapp 50 Meter entfernt die Koppel umfahren. Ich will trotzdem noch warten. Nun scheinen die Russen fertig zu sein mit den Rohren und gehen alle in Deckung. Hermann meint noch das es wohl diese Raketenwerfer sind und dann bricht die Hölle auf Erden los. Das sind tatsächlich Raketen. Riesen große Raketen die eine nach der anderen von den Schienen in den Himmel steigen. Ein ohrenbetäubender Lärm und eine Lauschstärke als ob die Götter sich anschreien. Du meine Güte was für ein Spektakel. Ich versuche die gern Osten fliegenden Raketen zu verfolgen aber schnell sind die außer Sicht. Das war ungeheuerlich das habe ich noch nicht gesehen. Das müssen wir melden. Der Russe hat hier irgendeine Schweinerei aufgebaut. Es gab Geschichten darüber aber gesehen habe ich die Dinger noch nicht. Und los geht es. Gang rein und Höchstgeschwindigkeit. Immer näher kommen wir dem Feld und die Russen scheinen uns nicht für Feinde zu halten. Doch dann riechen sie Lunte und der Erste greift nach seinem Gewehr. Nun wird es Zeit. Eugen und ich ziehen die Abzüge der MPs durch. Wir machen ein Spektakel das die Wand wackelt. Die Russen schmeißen sich hin und wir rasen einfach weiter Richtung eigene Linien. Kein Schuss fällt mehr und wir schmunzeln über unseren Trick dort heil vorbei gekommen zu sein. Nach weiteren 5 Kilometern sehen wir einen völlig zerstörten Vorort von Piatigors. Hier haben die Höllendinger also eingeschlagen. Die machen wirklich eine Riesensauerei. Ich hatte die Dinger noch nicht erlebt aber scheinbar sind die seit Mitte 41 an der Front zu finden meint Eugen. Egal weiter geht es bis wir etwas später wieder bei den eigenen Leuten sind. Sofort wird Bericht erstattet und ein mittelgroßer Kampfverband wird auf die Stadt Kieselowsk angesetzt. Aber wir fahren nicht mit. Wir müssen uns erstmal von dem Schock erholen. Der erbeutete Wodka kann da helfen und am Abend ist die Stimmung wieder entsprechend gut. Aber der nächste Morgen erwartet uns mit reichlich Kopfschmerzen und auch ein kühles Bad in dem kleinen Wasserlauf nebenbei hilft nicht wirklich weiter. Der Marschbefehl kommt und es soll am nächsten Morgen weitergehen. Also alles wieder vorbereiten, noch aufmunitionieren, Restarbeiten am Panzer und nun muss ich tatsächlich zur Einsatzbesprechung. Als Ersatzkommandant. Ich werfe mich in meine Panzerjacke und ich achte darauf, dass alle Ordnern an ihrem Platz sind. So gehe ich zum Lagezimmer welches die Schreibstube der alten Wache in der Stadt ist. Hier auf einer Lagekarte soll der weitere Vormarsch besprochen werden. Ich fühle mich nicht wohl als kleiner Obergefreiter zwischen den ganzen Feldwebeln und Offizieren. Aber schnell wird mir die Unsicherheit genommen. Der Kompaniechef erzählt kurz von unserem Gefecht auf der Rollbahn und dann noch von meinem Bericht über die russischen Raketenwerfer. Zustimmendes Nicken in meine Richtung. Also bin ich wohl akzeptiert worden. Es soll nun weitergehen Richtung Grosny zum Kaspischen Meer. Das Öl ist noch immer der Schlüssel in diesem weiten Land. Wie lange kann der Ivan dann noch durchhalten? Ohne Kraftstoff fährt hier kein Panzer. Das kennen wir selber schon. Abmarsch soll am nächsten Morgen um 5 Uhr sein. Das wird ein Ritt, denn die russische Luftwaffe wird wieder aktiver und Aufklärungsmeldungen besagen, dass sich hier auch große Panzerzüge aufhalten. Nun denn. Ich informiere meine Besatzung und versuche noch etwas Schlaf zu bekommen. Ich bin gespannt wie es als Kommandant. Wie wird der neue Richtschütze seine Aufgabe erfüllen? Kann er das so wie ich das mache oder kann er es vielleicht sogar besser? Sind meine Entscheidungen die richtigen oder sind sie nicht richtig? Ich habe die Verantwortung für meine Männer und auch der Rest des Zuges wird schauen was ich mache. Ich will mich gerade hinlegen da kommt der Feldwirbel Strauß vorbei. Auch schon ein alter Panzermann untersetzt sich zu mir. Er gibt mir ein paar wertvolle Tipps wie ich mich verhalten soll und was man auf jeden Fall nicht tun sollte. Auch auf die Besatzung hören ist wichtig. Manchmal haben die eine andere Sicht auf die Dinge als man selber. Schneidig rangehen aber nicht mit vollem Risiko. Ich bin froh dass mir ein alter Hase die Angst genommen hat. Es ist auch keine Angst vor dem Feind. Es ist die Verantwortung die schwer wiegt. Es wird schon klappen. Nur noch etwas Schlaf und dann geht es wieder los. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd August 1942 Die Panzermotoren heulen auf. Die ganze Abteilung macht sich bereit. Es geht los. Aber wir stoppen schon nach knapp 4 Kilometer Fahrt. Minen Es sind Pioniere nachgerückt weil durch die Spähfahrzeuge scheinbar Minensperren entdeckt worden sind. Durch Aussagen der Gefangenen Russen wird es bestätigt und es muss erst geräumt werden. Russen aus der Bevölkerungsschicht helfen bei der Suche da die sicher auch diese Teufelsdinger aus ihrem Land haben wollen. Natürlich haben die auch gesehen wo die Rote Armee die Panzermienen vergraben hat und eifrig wird den Pionieren angezeigt wo genau sie graben sollen. Auch über Funk wird uns mitgeteilt dass wir jetzt noch einige Stunden warten müssen. Wir fahren an die Seite und sichern den uns zugeteilten Sektor. Bis hier ging alles gut und meine Nervosität ist gewichen. Fahrer, Funker und Ladeschütze sind ja schon mit mir gefahren, der Rechtsschütze noch nicht. Aber ich beobachte ihn und er scheint zu wissen was er tut. Wir nutzen die Pause und vertreten uns ein wenig die Beine. Wenig Vegetation hier und mit Tarnung wird es schon mal nichts. Die rote Luftwaffe wird immer aktiver und es gibt hier kaum Jagdschutz. Da ist es schon gut das ein paar 2cm Flachs mit dabei sind. Stunden verrinnen und es ist schon wieder Mittag. Die geräumten Minen werden abseits aufgestapelt und ich gehe rüber zu den Pionieren um mir die Dinger mal erklären zu lassen. Ein Unteroffizier der Pioniere erklärt sich bereit mir die Zünder zu zeigen und wie die Minen dann tatsächlich auslösen. Und viel wichtiger wie man diese Dinge entschärfen kann. Eher nicht so kompliziert aber erwart mich dass die Russen oftmals auch zwei Minen übereinander verlegen. Also man entschärft die obere, zieht den Zünder heraus, hebt die Mine an und darunter wird eine Mine durch ein Zugdraht ausgelöst. Zack da sind die Pioniere auch weg. Schweinerei meint er, aber es kommt mal vor. Endlich ist die Minengasse fertig und wir rollen weiter. Richtung Terek soll es gehen. Ein Fluss hier in Russland mit dem man viel Geschichte verbindet. Wir wollen weiter und schon kommen die ersten roten Flieger aus den Wolken. Drei von ihnen wollen es wohl wissen und wir sehen zu dass wir uns auf dem Vormarschweg so verteilen, dass wir kein einfaches Ziel bieten. Die 2 Zentimeter geht schon in Position und die Geschosse flitzen in den Himmel. Das haben sich die Russen dann doch anders vorgestellt. Ein kurzer Bordwaffenbeschuss der aber keinerlei Schaden anrichtet. Dann ziehen die Brüder wieder ab. Einer qualmt aber er scheint doch noch seinen Vogel in Sicherheit zu bekommen. Weiter geht es und schon nach 30 Minuten müssen wir wieder halten. Zwei Panzer IV sind heiß gelaufen und auch der Kraftstoff wird wieder knapp. Die Versorgungsfahrzeuge werden nachgezogen und wir ergänzen unseren Kraftstoff. Kurze Lagebesprechung auf freiem Feld. Die Aufklärer werden in Kürze zurückerwartet und dann haben wir ein genaues Bild der Lage. Zwei Stunden später geht es weiter. Feindverbände wurden in zwölf Kilometer Entfernung gemeldet. In drei Stoßkeilen geht es in die vorgegebenen Räume an den Feind heran, wenn möglich versuchen wir ihn zu umfassen. Es dauert auch nicht lange und wir bekommen Packfeuer aus verdeckten Stellung. Aber wir greifen mit viel Schwung an und im abgestimmten Angriff aus Feuer und Bewegung haben wir die beiden Packgeschütze schnell ausgeschaltet. Komischerweise fliehen die restlichen Soldaten nicht, sondern halten das Gewehr und im Gehfeuer aufrecht. Na die Burschen müssen wir wohl doch auf kurze Entfernung aus den Stellungen jagen. Mein Richtschütze macht sich gut, ich stimme die Ziele mit ihm ab und er zielt etwas länger als ich aber dafür ist das Ergebnis aus meiner Sicht gut. Er trifft das auf was er zielt. Ich weise an Sprenggranaten zu laden und die letzten Russen anzugehen. Da kommt über Funk der Ruf, Panzerzug! Ein Koloss aus dickem Stahl schiebt sich aus einem Hohlweg heraus und eröffnet das Feuer. Die großen Kaliber jagen über unsere Türme hinweg, da die Rohrstützen scheinbar keinen Richtbereich unter Null erlauben. Gut für uns, schlecht für den folgenden Stab und die Trossfahrzeuge. Nur die kleinen 7,62er machen uns schnell klar, dass die Russen wissen, was sie tun. Der erste Panzer wird getroffen und bleibt qualm liegen. Aber er brennt nicht und ich hoffe die Besatzung hat Glück. Wir jagen indes eine Grenate nach der anderen in die Lok und nun beginnt der Panzerzug auch wieder rückwärts zu rollen. Dann ein Kesseltreffer und der Zug rollt nicht mehr. Wir sind schon auf 100 Meter ran, da scheppert es gewaltig und unser Panzer steht. Mir dröhnt der Kopf und ich erwarte Lagerbildung der Besatze. Funker, Ladeschütze und Richtschütze sind unverletzt und melden sich. Nur Hermann sagt nichts. Kurz darauf hören wir ihn dann doch rufen, Treffer im Seitenvorgelege, Kette ab und Platzwunde am Kopf. Also doch alles gut. Mehr und mehr Geschosse schlagen in den Panzerzug ein, dann wird das Feuer eingestellt. Keine Gegenwehr mehr und man sieht nun die Russen laufen. Der Panzerzug wurde aufgegeben und wir haben erstmal Ruhe. Rauchend stehen wir am Panzer und sehen uns die Bescherung an. Da müssen wir auf die Inst warten, das können wir nicht mehr eben reparieren. Der restliche Angriffsverband zieht weiter vor, nur noch mit fünf Panzern im Stoßkeil. Im Kameradenpanzer haben wir drei leicht Verwundete und der Panzer 3 hat ordentlich eine verpasst bekommen. Glück für die Besatzung das nicht mehr passiert ist. Nun heißt es warten. Ich wäre gerne weitergefahren und hätte meinen Panzer an den Feind geführt. Wir sitzen auf dem Turm und ich schaue mir Staubentwicklung unserer Angriffsspitze an. Als der Stab eintrifft melde ich meine Beschädigung und die Feldinstandsetzung schaut sich den Schaden an. Der Funkwagen ist mitgekommen und ich lehne an dem Aufgang zur Funkbude um die aktuelle Lage mitzubekommen. In der Ferne hört man wieder Gefecht zu lernen und ich frage den Funker was denn los sei. Ein weiterer Panzerzug hat die Angriffsspitze in der Flanke erwischt. Donner noch eins wo kommen die ganzen Züge her? Ist das ein letztes Aufbäumen in dieser abgelegenen Ecke der Welt? Wir sitzen erstmal hier fest. Gegen Abend ist das Vorgelege ausgebaut und ein Ersatzteil wurde aus dem Werkstattwagen eingebaut. Ich schaue mir den Treffer der 7,62 an und denke wenn das Geschoss noch etwas weiter zur Mitte hin getroffen hätte dann wäre Hermann wohl auch erledigt gewesen. Langsam wird es Abend und wir bleiben beim Stab. Da hier keine Häuser sind machen wir uns das neben dem Panzer gemütlich nachdem wir etwas gegessen haben. Wir sitzen zusammen am Feuer und warten ab was noch passiert. Trossfahrzeuge kommen an und die Flak vom Stabszug wacht über den Himmel. Morgen wird es weitergehen. Ich spreche mit der Besatzung und wir geben unser Erlebtis zum Besten. Hermann hat ordentlich Kopfschmerzen aber das vergeht und die Wunde am Kopf ist auch schon genäht worden. Ich klopfe dem Richtschützen nochmal anerkennend auf die Schulter und er grinst zufrieden. Ja eine gute Zusammenarbeit im Panzer ist immer wichtig. Dann kann man alles schaffen. Etwas Wein wird noch organisiert und wir genehmigen uns ein Schlückchen zum Schlafen. Am nächsten Morgen rücken wir aus. Zusammen mit einem Pionierzug und einem Aufklärer der auch noch Motorenprobleme hatte. Unsere Angriffsgruppe soll ca. 80 Kilometer weit im Südosten stehen und auch schon kurz vor dem Fluss Terek. Wir fahren durch unwegsames Gelände und sehen Spuren unser Panzer. Auch ausgebrannte Panzerwracks der Russen können wir im Gelände erkennen. Weiter, immer weiter in Richtung Moos Dock. Dort soll es dann über den Terek gehen. Wir fahren weiter und treffen bald auf die Nachzügler unserer Angriffsgruppe. Nördlich der Stadt geht es in den Bereitstellungsraum. Diese Stadt ist wohl stark befestigt und wir bekommen noch Verstärkung von der 23. Panzerdivision. Erstmal geraten wir in einen Bombenangriff von viermotorigen amerikanischen Bombern. Leider haben wir keine Jagdabwehr und bekommen den ganzen Sägen ab. Aber irgendwie haben die doch zu spät geworfen und mehr als zwei Drittel der Bomben fallen in freies Gelände. Glück für uns. Jagdschutz wird angefordert, doch auch die Jagdflieger können nicht überall sein. Kurze Lagebesprechung und wir greifen in einer Zangenbewegung die Außenbezirke der Stadt an. Über den Lenin Kanal kommen wir gut rüber aber vor der Stadt bleibt der Angriff im starken Abwehrfeuer der Russen liegen. Wir müssen den Stadtrand dann doch mit der Artillerie sturmreif schießen lassen, um diese Befestigung zu zerstören. Die schweren Koffer fliegen in die Stellung und der VB macht seine Sache gut. Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Die Infanteristen kämpfen sich mühsam durch die Ruinen und wir heben ein MG Nest nach dem anderen aus. Hart links von uns wird wieder ein Panzerzug gemeldet, der 12 cm Kaliber führt und ordentlich was austeilt, aber mittlerweile wissen die alle wie man diese Teufelsdinger schnell unschädlich macht und auch diese Bedrohung ist dann schnell beseitigt. Gegen Abend setzen wir uns langsam in der Stadt fest und der Russe zieht sich kämpfend immer weiter bis zum Terek zurück. Wir kommen gut voran, die Besatzung ist gut eingespielt und der Richtschütze, Fritzt heißt er, macht seine Sache gut. Er denkt wie ich und viel muss ich auch nicht mehr sagen. Ziele werden gesucht und schnell bekommt der Gegner zu spüren, dass hier eine gute Besatzung im Panzer sitzt, die ihr Handwerk versteht. Gegen Abend wird es ruhiger und die Kämpfe flauen ab. Noch sind wir nicht durch. Es muss bald über den Fluss gehen. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd August 1942 Kämpfend gewinnen wir immer größere Teile der Stadt Mostok und erzwingen so den Übergang über den Fluss Terek. Aber man merkt schon, dass der Gegner hier nicht so einfach weicht. Hinhalten kämpfend und gut mit Nachschub versorgt kostet uns dieses Gefecht doch einen hohen Preis an Kameraden und auch im Panzern. Aber der Übergang ist erzwungen und der Gegner vertrieben. Die Armeeführung will den Vorstoß ausbauen, so wird es uns erklärt und wir müssen noch weiter. Mit den letzten Reserven wollen wir am Terek entlang und klären nach vorne auf. Die rote Luftwaffe sieht man jetzt schon jeden Tag in der Nähe. Langsam wird es mit der Versorgung bei uns schon eng, da alles vorerst durch Mostok weiter in Richtung Osten transportiert werden muss. Es wird von überdehnten Versorgungslinien gesprochen. Ist ja auch klar, wenn alles erst aus dem Reich hierher muss. Natürlich erbeuten wir so einiges auf dem Weg, aber Kraftstock für die Panzer ist immer problematisch. Die Russen fahren kaum mit Benzin und unsere eigenen Panzer haben viel Durst. Bei einem Stopp knapp 10 Kilometer vor dem Dorf Terek geraten wir in einen Artillerieüberfall, der es in sich hat. Luken zu und wir hoffen, dass wir keinen dicken Koffer aufs Dach bekommen. Es scheppert und knallt, der Panzer wird ordentlich durchgeschüttelt und große Splitter und auch Steine werden gegen den Panzerstahl geschleudert. Nach 30 Minuten ist der Spuk vorbei und wir schauen vorsichtig aus dem Luken. Nichts abbekommen, mal wieder Glück gehabt. Aber heute geht es nicht mehr weiter, wir igeln und hoffen am nächsten Tag das Dorf zu nehmen. Nach einer unruhigen Nacht geht es weiter, noch 5 Panzer haben wir. Wir sind der Brückenkopf und er soll nun bis zum Dorf vorangetrieben werden. Dann sollen wir dort erstmal verteidigen. Wir fächern auf und nehmen die Pioniere in die Mitte, schon geht der Tanz los. Artillerie fährt zwischen die Kampfwagen, Packfeuer aus Feldstellung schlägt uns entgegen, MG hämmern auf uns ein. Noch haben wir keine Ziele erkannt, aber erstmal unter dem Artilleriefeuer hindurch kommen. Ein Panzer wird abgeschossen, die Besatzung bootet aus und kauert hinter dem eigenen Panzer. Wir fahren dicht an den Kameraden Panzer heran, aufnehmen können wir sie nicht. Einer der Besatzung springt auf uns und zeigt in die Richtung wo er das Packgeschütz gesehen hat. Ich halte meine Luke geschlossen und will gerade unseren Richtschützen den Standort durchgeben, da wird der Kamerad neben uns, der uns die Richtung gezeigt hat, voll von einem Panzerabwehrgeschoss getroffen und in zwei Hälften gerissen. Ein dumpfer Schlag gegen unseren Panzer und später erfahren wir, dass es ein Oberkörper war, der gegen unseren Turm geschleudert wurde. Wieder ein guter Mann weniger, aber wir haben jetzt das Geschütz im Visier. Fritz zieht ab und die Feindpack ist nur noch eine graue Wolke aus Staub, Eisen und Blut. Wir rollen weiter und kommen dichter an den Ort heran. Ein MG-Nest versucht verzweifelt uns aufzuhalten, aber die Kugeln prallen an uns ab. Trotzdem verschwinden die Russen nicht, sondern lassen sich einfach überrollen. Scheinbar gibt es für sie auch kein Zurück. Am Dorfrand stellen wir uns hinter ein Steingebäude und warten auf die Pioniere. Der Schützenpanzerwagen kommt vor, die Lanzer springen ab und sickern in das Dorf hinein. Wir fahren an und schwenken auch in das Dorf. Die rechte Flanke scheint genommen worden zu sein. Ich fühle mich nicht wohl dabei, aber es muss weitergehen. Hinter den Pionieren her rollen wir vorwärts. Plötzlich stürmen die Soldaten in die andere Richtung. Mit dem Kopf halb aus dem Panzer höre ich die Rufe Feindpanzer. Wir halten an und dann schieben wir uns nach rechts an ein großes Gebäude heran. Keinen Augenblick zu spät, denn der Bug eines KW1 schiebt sich langsam um die Häuseecke. Ich rufe dem Richtschützen zu, dass er sofort in die Kette schießen muss. Noch einen Meter weiter und er kann seinen Turm auf uns eindrehen. Der Schuss fällt und die Kette vom Russenpanzer ist zerstört. Aber er rollt weiter vor und ich gebe dem Fahrer lautstark den Befehl zurückzusetzen. So können wir den Winkel verändern. Vielleicht kann er uns so nicht treffen. Ich werde langsam nervös und wir ziehen uns rückwärts an der Wand entlang bis wir nicht weiterkommen. Irgendwas hat uns gestoppt. Der Fahrer ruft, wir sitzen fest. Vor können wir auch nicht, sonst kriegt uns der KW ins Visier. Denn das Hausfahren geht auch nicht. Verdammt noch eins, was machen wir nun? Fieberhaft überlege ich was ich machen soll. Der Schweiß rinnt mir über das Gesicht, meine Hände zittern. Fritz schaut mich fragend an. Ich rufe nur Sprenggranate laden und Feuer auf den Feinpanzer. Die schlägt zwar nicht durch, aber das macht einen Höllenlärm im KW. Noch eine hinterher, möglicherweise türmen die ja. Nichts passiert. Die versuchen noch immer mit dem Turm uns aufs Korn zu nehmen. Jetzt schießt er knapp an uns vorbei. Wenn er jetzt noch mal die Hausecke wegschießt, dann kann der nächste Schuss direkt in unseren Turm gehen. Ich beobachte das Geschütz, ich darf jetzt keine Angst zeigen. Die Besatzung erwartet, dass ich sie hier rausführe. Ich sage Hermann, dass wir gleich auf mein Zeichen mit Vollgas losfahren müssen. Fritz soll eine Panzergranate laden und alle müssen genauestens aufpassen. Da bricht der Schuss, die Häuserecke ist weg und wir bekommen ordentlich Stein und Splitter ab. Ich brülle nur Vollgas und unser Panzer 3 macht einen Satz. Ich weiß nicht wie lange die Russen für den nächsten Schutz brauchen, aber nun heißt es jetzt oder nie. Wir brausen auf den Feindpanzer zu, umrunden ihn, dabei drehen wir unseren Turm immer weiter. Jetzt sind wir an seinem Heck und auch der Russenturm dreht sich langsam hinter uns her. Ich rufe laut den Feuerbefehl und wir geben ihm einen ins Heck. Und schon brennt sich auf vier Meter Entfernung unser fünf Zentimeter Geschoss durch die dünne Heckpanzerung des KW. Noch eine, schreie ich in den Kampfraum und Fritz jagt die zweite gleich hinterher. Er brennt, er brennt. Der Turm dreht sich auch nicht mehr, die Luken fliegen auf und die Russen türmen. Wir lassen sie laufen, weit kommen die eh nicht. Ich bin fix und fertig. Ich schaue in den Kampfraum runter und sehe schmutzige, verschwitzte Gestalten aber auch ein Lächeln auf den Gesichtern. Gerade nochmal gut gegangen. Wir fahren weiter falls der KW doch noch explodiert. Ich ziehe den Kopf ein, denn im Gehfeuer trifft unseren Panzer. Nach 50 Metern werden wir wieder durchgeschüttelt, der KW ist in die Luft geflogen. Wir halten an einer Straßensperre an, hier kommen wir nicht weiter. Pioniere arbeiten sich zu uns vor, die Straßensperre soll gesprengt werden. Ich beobachte die Landser wie sie unter Feuer eine große Sprengladung anbringen. Wir setzen zurück und kurze Zeit später fliegt die Sperre in tausend Teile. Der Widerstand erlarmt und wir kommen weiter vorwärts. Wir fahren Spitze und bekommen wieder Packfeuer, diesmal aus den Gebäuden. Die Banausen haben ihre Packs in die Häuser gestellt. Wir fahren so gut es geht in Deckung. Ich steige aus und spreche mit einem Leutnant der Pioniere. Flammenwerfer werden herangeholt und die Häuser werden ausgebrannt. Drei Packs fallen dem Hunger der Flammen zum Opfer. Die Schreie der brennenden Feinde, die aus den Gebäuden stürzen, lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. Mit unseren MPs erlösen wir die armen Teufel. Am Abend ist Terek in unserer Hand, aber wir müssen den Ort erstmal nach Osten und Süden sichern. Starke Kräfte sollen sich auf uns zubewegen. Unablässig wird an der Verteidigung gearbeitet. Selbst zwei Russengeschütze werden in Stellung gebracht. Nur gibt es dafür keine Kanoniere. Mein Panzer steht hinter einer hohen Mauer und sichert nach Süden. Ich gebe Fritz Bescheid, dass er auf erkannte Ziele schießen soll. Hermann und ich gehen an die Pack der Russen. Drei Mann von den Pionieren gibt mir der Leutnant noch und schon geht der Tanz los. Russenpanzer greifen an und kommen aus dem Südosten in schneller Fahrt auf uns zu. Artilleriefeuer setzt ein, aber es liegt schlecht. Ich hoffe die Russen Pack schießt auch gerade aus. Jetzt kommt mir die Einweisung an unser eigenen Pack durch die Besatzung vor einiger Zeit zugute. Ich schaue durch die Optik und visiere einen T34 an. Ich schieße, aber der Schuss geht über den Feindpanzern weg. Verdammt zu hoch. Ich stelle die Entfernung neu ein. Hermann hat schon nachgeladen und schon spukt das Geschütz glühendes Verderben in die Front des T34. Die Granate verschwindet im Panzer und dann nichts mehr. Aber plötzlich zerreißt es den Feindpanzer in tausend Teile. Wir jubeln aber es ist noch nicht vorbei. Ich schaue was mein Panzer macht. Schuss um Schuss jagt Fritz in den BT7 und die T34 die vor ihm stehen. Noch zwei Panzer können wir mit der Russen Pack abschießen und der Angriff wird endlich abgeschlagen. Sieben Russenpanzer stehen qualmend auf dem Gefechtsfeld. Erschöpft sinken wir am Geschütz zusammen und der Leutnant kommt mit einer Flasche Schnaps vorbei. Später am Panzer erfahre ich das Fritz auch einen T34 lahm geschossen und einen BT vernichtet hat. Das hört man gern. Leider haben wir auch nicht mehr viel Munition und wenn wir länger hier bleiben sollten dann wirds noch schwer. Erschöpft machen wir uns noch was zu essen und warten auf die Nacht. Schon sind die Russen Flieger in der Luft aber wir sind diesmal nicht das Ziel. Weiter östlich am Nordufer des Tereks sind weitere Kampfgruppen vorgestoßen. Ich hoffe wir haben erstmal Ruhe hier. Zwei Mann bleiben im Panzer, der Rest sucht sich in einer der Russen Häuser einen Schlafplatz. Am nächsten Morgen herrscht heftige Betriebsamkeit. Die Aufklärer haben eine größere Ansammlung von Russen LKW entdeckt und wir denken, dass die eine Menge Infanterie ins Feld führen werden. Noch kaum kein Entsatz zu uns und auch keine Verstärkung aber ich hoffe dass wir bald was von unserem Regiment hören werden. Es geht die Parole mit Munition zu sparen und den Feind dicht rankommen zu lassen. Wir haben das Vorfeld jetzt für eigene Feldgeschütze eingemessen damit die Ari nochmal aushelfen kann wenn es dann wieder richtig losgeht. Es dauert auch nicht lange und es gibt wieder Alarm. Artillerie liegt auf dem Dorf und nach einem kurzen aber heftigen Stahlregen ist auch schon die rote Luftflotte über uns. Aber diesmal sind unsere Jäger zur Stelle und räumen richtig auf. Ein Russen Flieger hat mit dem anderen Purzel vom Himmel und wird mit Jubelschreien honoriert. Nun kommen die Lawinen der Russen Infanterie auf uns zugestürmt. Die wollen es jetzt wohl ganz genau wissen. Ich sitze wieder an der Pack aber ich habe mir ein paar Sprenggranaten organisiert. Eine Halbkette steht mit in der Kampflinie und kann seine zwei Zentimeter im Erdkampf wirken lassen. Das Spektakel beginnt und wir öffnen das Feuer auf die armen Teufel. Welle um Welle rennen sie in ihr Verderben. Der Panzerturm schwenkt hin und her und feuert mit MG und Hauptgeschütz. Komisch das von hier zu sehen aber ich muss mich jetzt um meine Pack hier kümmern. Meine Treffer lassen ganze Gruppen von Russen in Wolken aus Menschenleiber in die Luft steigen um dann wie Puppen zu Boden zu fallen. Was mache ich hier bloß? Tod und Verderben bringe ich in die Reihen des Feindes. Aber entweder die oder wir. So wird es nicht besser aber wenigstens hat man einen Grund immer weiter zu feuern. Nach einer weiteren Stunde ist der Spuk vorbei und hunderte tote Russen liegen auf dem Feld vor uns in ihrem Blute. Die Ari hat versucht mitzuhelfen aber das Feuer war viel zu weit hinter den Angreifern. Deshalb auch nicht wirkungsvoll aber immerhin hat der Ivan dann das Laufen bekommen. Am Nachmittag werden wir abgelöst. Denn die schnelle Truppe soll einen weiteren Vorstoß in den Osten anführen. Also zurück nach Modosk und ab auf das Nordufer. Wir verabschieden uns noch von den Pionieren und die übernehmen jetzt unser Ratschebum. Wie man damit ordentlich Musik macht das wissen die ja jetzt. Drei Tage bleiben wir doch noch in Mosdok bevor es wieder an den Feind geht. Mein Kompaniechef nimmt mich zur Seite und spricht mir Lob und Anerkennung aus für den Einsatz und was wir im Dorf geleistet haben. Es freut mich dass wir so weit gekommen sind und ich bin jetzt auch immer sicherer wenn es um Entscheidungen geht. Aber es wird nicht mehr lange dauern fürchte ich und ich werde das Kommando wieder abgeben. Ich bin eben nur ein Richtschütze und kein Kommandant. Tagebuch Ostfront Heeroskope Süd September 1942 Die Stimmung ist nicht so gut. Der Schwung ist raus und irgendwie kommen wir nicht so recht voran. Der Gegner sieht scheinbar die strategischen, wichtigen Geländerabschnitte als unverzichtbar und wirft Tag für Tag neue Truppen gegen uns. Wir versuchen schon überall an Ort und Stelle zu sein wo wir gebraucht werden. Wir schlagen die Feindpanzer zurück aber dann müssen wir das Feld wieder der Infanterie überlassen um für den nächsten Einsatz bereit zu sein. Das nagt an den Nerven und viel Ruhe haben wir auch nicht. Selbst das schon gut verteidigte Mosdok steht wieder im Visier der Russen und der Druck auf die vorgeschobenen Verteidigungslinien ist groß. An der Lagerkarte wird uns das Ausmaß unseres südöstlich drückenden Frontvorsprung erst klar, wenn man sieht dass die Truppen um General Paulus den Kampf um Stalingrad in voller Härte führen müssen. Wenn Stalingrad in deutsche Hand ist dann können wir weiter Richtung Baku und müssten uns um unsere Nordflanke nicht mehr kümmern. Aber der Russe hatte auch noch ein Wörtchen mitzureden. Trotzdem bin ich überzeugt dass wir es noch schaffen dem Russen einen finalen Schlag zu versetzen und dann geht es endlich wieder in die Heimat. Nachschub ist eingetroffen und ein Yoga Leutnant von den Sturmgeschützen soll meinen Panzer übernehmen. Ich wiederum soll nun den Fritz wieder ablösen als Richtschütze und weiterfahren. Der Kompaniechef erklärt mir seine Entscheidung und versichert mir dass er mich auf die Liste für einen der Panzer 4 lang hat. Das wäre was aber nun erstmal wieder die Platz wechseln und schauen was der junge Leutnant Kamrau denn kann. Er macht einen guten Eindruck und erklärt uns dass er schon über 50 Einsätze mit den Sturmgeschützen hinter sich hat und auch dass er ein paar Russenpanzer ausgeschaltet hat. Nun denn, wir werden sehen. Ich weise ihn den ganzen Tag noch ein und wir kommen gut miteinander aus. Er weiß dass ich den Panzer umsichtig geführt habe und die ein oder andere Geschichte wurde ihm wohl auch schon zugetragen. Er fragt mich natürlich auch warum ich noch kein Unteroffizier bin und den Weg zum Panzerkommandanten als Feldwebel einschlage. Aber schnell versteht er dass auch hier höhere Mächte am Werk sind. Am nächsten Tag geht es wieder los. Ein Ort am Lenin Kanal namens Al Potowo soll eingenommen werden, das ist noch auf der Südseite des Terek. Schnell kommen wir hier voran aber trotzdem behindert einen der sandige Boden. Zusammen mit einigen Panzer F4 rollen wir vor und ich halte an der Optik Ausschau nach Feinden. Die Aufklärung hat kleinere Russenverbände gemeldet aber keine Panzer. Weiter geht es und wir müssen einen kleinen Panzergraben durchqueren. Als wir auf der gegenüberliegenden Seite wieder rauffahren wird über Funk von Panzerbüchsen gewarnt. Eigentlich sollten die in dem Gelände gut zu sehen sein, es sei denn die haben sich tief eingegraben. Mit einem mulmigen Gefühl fahren wir weiter. Hermann bringt uns durch kleine Senken hindurch und der Leutnant ist ganz zuversichtlich, dass er in seinem ersten Gefecht zeigen kann was in ihm steckt. Noch circa 5 Kilometer bis zur Ortschaft und der erste Artilleriebeschuss setzt ein. Luken zu und durch, schlecht geschossen vom Ivan. Keine Verluste bei uns nur ein Höllenlärm. Noch drei Kilometer bis zum Ort und dann knallt es auf einmal richtig laut. Turmtreffer, aber es hat nicht durchgeschlagen. Ich drehe den Turm nach rechts und versuche etwas zu erspäen. Nicht zu sehen. Und wieder knallt es, also doch Panzerbüchsen in der Nähe. Die können auch durchgehen, wenn die richtig treffen. Ich schwenke zurück und wieder knallt es. Ich werde nach vorne geschleudert und spüre warme Flüssigkeit, meinen Rücken runterlaufen. Ich richte mich wieder auf und schaue, ob ich getroffen bin. Alles noch dran, aber ich kann nichts hören. Ich schaue zum Kommandanten und der schreit wie am Spieß, aber ich höre nichts. Ich bin noch taub von dem Knall. Und jetzt sehe ich erst was los ist. Ein Geschoss hat den Turm seitlich durchschlagen und das halbe Bein des Leutnants abgerissen. Überall Blut, wohl die Hauptschlagader, verdammter Mist. Hermann schaltet schnell und fährt in eine kleine Senke. Über Funk melden wir den Treffer und auch den Verletzten. Die anderen scheinen in Ordnung, nur der Ladeschützer hat Schwitte abbekommen. Er winkt ab, wohl nicht so schlimm. In dem Chaos versuche ich den Leutnant zu beruhigen. Wir müssen schnell das Bein abbinden, sonst wird das nicht schaffen. Also ein Gürtel um den Oberschenkel und wir versuchen die Blutung zu stoppen. Ganz weiß ist er schon. Flehend schauen seine Augen in meine Richtung. Ich sage ihm das wird schon wieder. Doch überzeugt bin ich nicht. Die nachrückenden Lanzer räumen die Panzerbüchsenstellung aus und diese Gefahr ist gebannt. Vorsichtig ziehen wir den Leutnant aus dem Panzer und versuchen das Bein, welches noch an Fleisch und Knochenresten hängt, so gut wie möglich mit hinaus zu bekommen. Vorsichtig legen wir ihn hinten auf die Motorabdeckung, auf eine Zeltbahn und versuchen ihn weiter zu versorgen. Das Sandfahrzeug ist schon auf dem Weg, durchhalten muss er jetzt. Ich versuche den Gürtel noch enger zu ziehen und er schreit auf aber das Blut läuft weiter aus ihm heraus. Er wird immer blasser. Wir können nichts tun. Nach 5 Minuten sehe ich den Sandwagen endlich auf uns zu halten. Der Leutnant greift meine Hand und sagt Grüß die Heimat Rudolf. Dann noch ein Räucheln und nichts mehr. Der Glanz in seinen Augen verblasst. Der Druck seiner Hand lässt nach und das Leben verlässt ihn. Aus. Ich knie im Blut des Leutnants Kamrau und lasse seinen Kopf langsam auf die Zeltbahn sinken. Seine Augen schließe ich ihm noch und dann kommt der Sani angestürmt. Ich winke ab, es ist zu spät. Trotzdem kommt er auf den Panzer geklettert und schaut was wir gemacht haben. Wir haben alles versucht aber es sollte nicht sein. Der Sanitätsgefreite klopft mir auf die Schulter und meint, dass man eben einfach manchmal nichts mehr machen kann. Ich drehe mich weg, möchte eigentlich weinen, aber es geht nicht. Ich habe keine Tränen mehr. Es ist alles so unwirklich hier draußen. In der einen Sekunde ist man konzentriert und arbeitet Hand in Hand und im nächsten Moment ist der unerbittliche Tod im Panzer und reißt wieder ein junges Leben in den Mahlstrom der Ewigkeit. So einen hohen Preis den wir alle zahlen. Wie lange noch. Der Ladeschütze wird versorgt und einige Stahlsplitter werden aus dem Arm entfernt. Wir schauen auch noch was am Panzer kaputt gegangen ist. Zwei Treffer am Turm die nicht durchgegangen sind und der letzte hat leider den Kommandanten getroffen. Ein paar kleine Beschädigungen im Innenraum aber nichts was den Einsatz beeinträchtigt. Viel Blut ist im Kampfraum. Das müssen wir noch irgendwie aufwischen. Die Meldung geht zurück an den Stab und nach knapp einer Stunde steht Fritz wieder am Panzer. Also die alte Besatzung wieder. Wir können noch weiterkämpfen und nach 30 Minuten geht es wieder los. Der Panzer rollt an und Hermann bringt uns zielstrebig hinter unserem Angriffsverband in Stellung. Die kämpfen sich schon in den Ort hinein und einige Rauchsäulen zeugen von den Kämpfen. Eine weitere Kampfgruppe sollte von Norden zu uns stoßen aber scheinbar hat der Russe die Kameraden in der Flanke erwischt. Die kommen also nicht. Aber der Ort wird eingenommen und trotzdem haben wir Verluste. Der Russe drückt und drückt und wir können uns nur behaupten weil wir sehr beweglich die Schwerpunkte der Gegenstöße bekämpfen. Feindliche Panzer werden lahmgeschossen und Panzerabwehrkanonen fliegen in die Luft. Der Russe ist aber unbeeindruckt und schiebt weiter Panzer und Infanterie in die Richtung unserer Stellung. Glücklicherweise ist südlich von uns der Kanal und von dort aus wird keine Gefahr kommen. Neue Befehle. Wir sollen mit drei Panzer an eine südliche Zange bilden und die Packstellung und die Nachschubwege dieser wohl gerade Division welche uns gegenüber liegt angreifen. Also nach Süden Richtung Leninkanal, dann gen Osten durch das tiefer liegende Gebiet. Wir kommen gut voran und nach knapp 4 km drehen wir nach Norden ein. Kleine Russentrupps mit Fahrzeugen werden zusammengeschossen aber wir halten uns nicht lange damit auf. Die Flanke wollen wir angreifen. Das Gelände steigt an und wir schieben uns langsam in den Sichtbereich der Ebene vor uns. Ich stehe im Turm und schaue angestrengt durch mein Fernglas. Da sehe ich diese Raketen LKWs vor uns in gut getaten Stellung. Die scheinen gerade zu laden, also Vorwärts Marsch. Die Motoren heulen auf und wie der Wind preschen wir vor. 200 Meter vor der Feindansammlung bellen die Panzerkanonen los und der Tod hält reichlich Ernte unter den Russen. Die Raketen explodieren und ein Feuerzauber zerreißt was dort noch leben könnte. Die Stellung ist erledigt. Weiter gen Osten holen wir aus und brechen durch eine Packstellung die scheinbar den rückwärtigen Raum abgesichert hat. Sprenggranaten werden geladen. Die Russen sind völlig überrumpelt, dass wir im Rücken nun wieder auftauchen und alles zerstören. Gefangene können wir nicht machen, also lassen wir die restlichen Russen laufen. Vier Packs zerstört, weiter gehts. Nun machen wir den Sack zu und hoffen auf die anderen von Norden durchstoßenden Angriffsverbände. Drei LKW werden im Vorbeifahren noch vernichtet und dann haben wir den feindlichen Verband abgeschnitten. Wir gehen in die Stellung bei Höhe 113 und überschauen das Gefechtsfeld. Die zurückfahrenden Russenpanzer werden aufs Korn genommen und wieder bestaune ich die Panzer IV lang, wie er ein T-34 nach dem anderen ausschaltet. Wie die Faust Gottes lässt das Langrohr seine glühenden Stachel in die weichen Seiten der T-34 schlagen. Am Ende stehen 7 T-34 und einige andere Fahrzeuge auf dem Feld. Knapp 400 Gefangene werden eingebracht und wir sind froh durch diesen Handstreich etwas Ruhe in unserem Abschnitt zu haben. Es geht zügig zurück nach Alpatovo um die Panzer wieder für den nächsten Kampf auszurüsten. Wir aber sollen ganz zurück nach Mosdok und den Panzer zur Instandsetzung bringen. Der Turm soll gewechselt werden. Na dann soll es eben so sein. Am Abend sind wir im Quartier und ich spreche mit den anderen Richtschützen unserer Kampfgruppe über die vergangenen Tage. Es wird viel über die Langrohrpanzer gesprochen aber auch über die langsam immer stärker werdenden Russenkräfte vor uns. Bis Baku müssen wir noch kommen, dann ist der Ivan erledigt. Das schaffen wir sicherlich noch, aber auch hier werden wieder einige Kameraden auf der Strecke bleiben. Ein Leutnant aus dem Stab kommt vorbei und erklärt mir, dass der Zugführer mich weiterhin als Kommandant im Panzer lassen will. Mit gemischten Gefühlen nehme ich die Nachricht auf, bedanke mich für das Vertrauen, aber es ist trotzdem eine schlimme Situation. Kommandant Hund gefallen, Panzer übernommen. Dann kommt der neue Leutnant Kamrau, fängt sich das Geschoss ein das mich hätte treffen sollen, auch er gefallen. Das Schicksal ist wirklich unverständlich und nun sitze ich doch wieder auf dem Kommandantenplatz. Wie lange noch bis mich eine Granate oder ein feindliches Geschoss trifft. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd September 1942 Der September bereitet uns schon auf den nahenden Winter vor. Der Jahreswechsel 1941-42 war schon bitterkalt und ich würde mir wünschen, dass wir auch in diesem Winter einigermaßen gute Quartiere bekommen. Aber erstmal hoffe ich auf Heimaturlaub, damit ich endlich Gudrun zum Traueraltar führen kann. Ich hatte unseren Zugführer schon vor einigen Tagen um eine Woche Fronturlaub gebeten und er war sich nicht sicher, ob es klappen würde. Keine Leute mehr, der Russe drückt überall und jeder Mann wird gebraucht. Aber er hatte versprochen sich zu kümmern und vielleicht habe ich mir den Urlaub ja auch verdient. Unser Panzer 3 steht in der Instandsetzung und meine Besatzung, es ist ja eigentlich nicht meine Besatzung aber ich bin nun mal als Kommandant eingesetzt, wurde auf andere Fahrzeuge verteilt und steht am Feind. Ich hätte als Richtschütze wieder einsteigen können aber in der Abteilung wurde gesagt, dass die Kommandanten ohne Panzer als letzte Reserve zurückbehalten werden. In der Werkstatt schaue ich mir die Reparaturarbeiten an und muss feststellen, dass sich der Zug hier gut eingerichtet hat. Eine alte Maschinenhalle mit entsprechenden Krähen wurde übernommen und das macht die Reparatur leichter. Der Panzerturm soll in Kürze gewechselt werden, aber scheinbar hat der Motor auch Probleme und muss noch mal instand gesetzt werden. Ich ertappe mich dabei, wie ich immer wieder am Panzer 4 lang stehe und mir die mächtige Kanone anschaue. Das Kaliber mit einer Rohrlänge von über drei Metern, das macht schon ordentlich Eindruck auf die Russen Panzer. Da kann man auch mal auf Entfernung draufhalten ohne sich selbst oder den Panzer in Schuss Entfernung zu bringen. Wobei die T-34 Kanone mit seinen 76mm auch nicht von schlechten Eltern ist. Aber aus all den Einsätzen kann man sagen, dass die russischen Panzerbesatzungen wirklich nicht gut ausgebildet sind. Fahren wild drauf los, schießen auf alles was sich bewegt, überrollen in der Regel auch alles was ihnen unter die Ketten kommt und fahren bis der Sprit oder die Munition alle ist. Da erkennt man keine geordneten Angriffsreihen oder koordinierte Schwerpunkte als Stoßkeile in einem Frontabschnitt. Da wird einfach drauf losgefahren und wenn es dann schief geht dann kommt ein neuer Panzer hinterher. Ich verbringe meine Zeit bei der Werkstatt oder beim Stabszug. Schnappe hier und da Informationen auf und hoffe, dass meine Jungs heil zurück kommen. Nach zwei Tagen soll ich zum Spieß kommen und ich mache mich schleunigst auf den Weg. In der Schreibstube muss ich länger warten, weil die sich gerade mit den Verlustlisten beschäftigen und alle Briefe in die Heimat auch entsprechend schreiben müssen. Nach einer Weile holt mich der Spieß zu sich und erklärt mir, dass der Kompaniechef mir 10 Tage Urlaub genehmigt hat. Ich freue mich wie Bolle und mache mich gleich ans Packen. Ich weiß aber auch, dass ich mindestens 3 Tage brauche bis ich zu Hause bin und dann wieder 3 Tage um zurück an die Front zu kommen. Wenn alles gut klappt bleiben mir 4 Tage zu Hause in der Heimat. Aber das sollte reichen. Schnell lasse ich ein Telegramm in die Heimat aufsetzen, dass ich in 3 Tagen daheim sein werde und wir dann endlich im Urlaub heiraten können. Als ich mein Zeug zusammen habe verabschiede ich mich noch von den Kameraden die gerade nicht am Feind sind und besorge mir eine Mitfahrgelegenheit zum nächsten Bahnhof. Erstmal wieder Richtung Scharkhoff kommen und von dort aus dann heim ins Reich. Es klappt überraschend gut, in Mostog erwische ich einen Tross Lkw der mich fast 80 Kilometer bis zum nächsten Knotenpunkt bringt. Dann nochmal 40 Kilometer weiter und ich kann am Bahnhof einen Zug Richtung Scharkhoff erwischen. Über kleine Ortschaften geht die lange Reise aber ich bin guter Dinge dass ich schnell wieder in der Heimat bin. Ich habe viel Zeit die letzten Monate nochmal zu überdenken. Es ist ja wieder viel passiert und ich frage mich manchmal ob das ewig so weitergehen soll. Wann ist dieser Krieg vorbei und wann sind wir wieder in der Heimat. Heimat, ein normales Leben zu Hause mit der Familie. Einen normalen Beruf ausüben, eine Familie gründen und am Sonntag in die Kirche gehen. Das wäre fein. Eine Arbeit ausüben die einem das Auskommen sichert und auch mal in den Urlaub fahren lässt. Ja aber das wird schon noch kommen wenn wir den russischen Bären endlich niedergerungen haben. Tag und Nacht verbringe ich auf den Gleisen auf dem Weg in die Heimat. Und am dritten Tag bin ich tatsächlich zu Hause. Am Bahnhof warten schon die Eltern und Freunde auf mich und auch Gudrun. Wieder in meiner schwarzen Panzeruniform bin ich natürlich eine Augenweide für die Hitler Jungs die mich mit tausend Fragen schlichtweg bombardieren. Endlich habe ich alle begrüßt und kann meine Gudrun lange im Arm halten. Wie ich das vermisst habe. Die Wärme ihres Körpers, das Parfum, der Duft der Haare. Ich bin hin und weg. Freudig erzählt mir meine Mutter wie glücklich sie ist und dass das Aufgebot schon steht. In zwei Tagen wird in der Dorfkirche geheiratet und das Fest ist auch schon organisiert. Das ist hier wie die Ratschaft an der Front. Es wird sich gekümmert. Ich brauche mir nun nicht viele Gedanken zu machen, alles geht seinen Weg. Etwas Geld hatte ich gespart für die Hochzeit aber mein Vater und mein zukünftiger Schwiegervater wollten sich um alles finanzielle kümmern. Aber als Gegenleistung wollen sie auch bald Enkelkinder sehen, da werde ich sie nicht enttäuschen. Lange sitzen wir mit der Familie zusammen und die eine oder andere Flasche Wein geht über den Tisch. Es sind so viele Fragen wie es im Osten steht, wie der Krieg verläuft, was die glorreiche Panzerwaffe für Erfolge feiert. Aber es sind auch einige dabei die erzählen schon wer alles gefallen ist. Ich mag dazu nichts sagen, denn ich sehe den Tod täglich von meiner Optik aus oder aus der Kuppel heraus. Der Tod ist allgegenwärtig und das Sterben gehört dazu. Natürlich ist das in der Heimat ein anderes Thema. Hier sieht man die Todesanzeigen der Kameraden mit ihren Bildern und dabei steht dann auch in welcher Einheit sie waren. Auch sieht man immer wieder hochdekorierte Männer die gefallen sind. Immer eine Tragödie und ich bin froh noch immer fast in einem Stück zu sein. Aber auch mit etwas Schnaps lasse ich mich nicht dazu hinreißen die Wahrheit an der Front zu erzählen. Spätabends geht es dann endlich zu Bett. Trotz der Strapazen fühle mich wohl und eine innere Ruhe überkommt mich. Kein Geschützdonner, keine Flugzeuge oder Panzerkanonen die mich aus dem Schlaf reißen. Ich bin zu Hause. Gudrun hat in ihrem großen Elternhaus eine kleine Wohnung oder eher einen Wohnbereich für sich und ich darf hier bei meiner Verlobten übernachten. Nach einer wundervollen Nacht geht der Tag gleich los mit den Hochzeitsvorbereitungen. Meine Uniform geht in die Reinigung, die Stiefel werden von den Nachbarjungs auf Hochglanz poliert und ich habe etwas Zeit für mich. Ich besuche meine Schwester Hilde im Nachbarort. Sie war zu meiner Begrüßung zwar dort aber nur ganz kurz. Ihr Mann, mein Schwager Willibald ist vor zwei Wochen gefallen und ich möchte ihr doch etwas Trost spenden. Willibald, oder Willi wie wir ihn genannt haben, war Falschemeger und hat Holland und Kreta mitgemacht. Ein Teufelskerl und ein echter Draufgänger. Nach dem was wir wissen muss er zuletzt in Afrika gewesen sein und dort hat einen Bombenangriff ihm sein Leben genommen. Nun sitze ich hier bei meiner Schwester die nicht mehr die alte ist. Der Trauerschmerz nagt schwer an ihr und ich glaube das wird eine lange Zeit brauchen bevor sie wieder lächeln kann. Viele liebe Menschen werden aus den Familien gerissen und geben ihr Leben für das Vaterland. Alles in der Hoffnung damit die Lieben in der Heimat geschützt werden. Aber das bringt ihr den Willibald auch nicht wieder. Wir reden viel und lange über die vergangene Zeit und über die Freude die uns der Willi mit seinen Späßen immer brachte. Ich kann sie dann endlich überreden doch bei der Hochzeit am morgigen Tag dabei zu sein. Am Abend gibt es noch einen kleinen Junggesellenabschied der nicht ganz so feucht fröhlich wird wie geplant. Ich möchte nicht mit dickem Kopf der Gudrun mein Ja-Wort geben müssen. Also wird am frühen Abend der lustige Abschied beendet und ich mache mich wieder auf zu meiner Gudrun. Sie fragt mich kaum nach meinen Erlebnissen an der Front. Sie weiß dass ich schon was erzählen werde wenn ich soweit bin. Aber das hat alles nun keinen Platz hier. Der Krieg hat keinen Platz hier und ich möchte die kurze Zeit in der Heimat einfach nur genießen. Am nächsten Morgen entschwindet Gudrun um ihr Brautkleid zu schlüpfen. Meine Uniform ist auf Vordermann gebracht worden und ich komme geschniegelt und gestriegelt in meinem Elternhaus an. Nun ein ernstes Gespräch mit meinem Vater. Er wird mir noch ein paar gute Ratschläge mitgeben wollen. Sei immer der Mann im Haus. Zeige keine Schwäche. Kinder sind Frauensache. Die Familie geht über alles. Und noch einiges mehr. Mein Vater als Weltkriegs Veteran hat eben seine eigene Sicht auf die Dinge und ich respektiere das. Aber ich denke ich werde meinen eigenen Weg schon finden. Trotzdem bedanke ich mich für den väterlichen Rat und sehe seine mit stolz erfüllten Augen als er erst meine Orden, dann meine Uniform und dann mich selbst anschaut. Er lädt mir zum Abschied die Hand auf die Schulter und meint, dass er sehr stolz auf seinen Sohn sei. Ich bin gerührt das zu hören und auch glücklich über das was er mir gesagt hat. Dann muss ich zu meiner Mutter, die mir sicherlich auch ein paar warme Worte mitgeben will. Ich sitze mit ihr in ihrem Nähzimmer und wir trinken Kaffee. Sie sagt lange nichts und schaut mich nur an. Dann fragt sie mich, wie es mir ginge. Ich lächle zurück und sage, dass es mir gut gehe und ich bald schon ein glücklicher Ehemann sein werde. Sie lächelt nicht. Eine lange Pause entsteht, bei der ich mich nicht wohl fühle. Nun fragt sie mich noch einmal, wie es mir gehen würde. Jetzt weiß ich auch, was sie meint. Wie es um meine Seele bestellt ist, nach all dem was ich gesehen und getan habe. Sie rückt nah an mich heran, nimmt meine Hände in die Iren und hält mich fest. Wir schweigen. Meine Mutter schaut mich an und ich weiß, dass sie in meinen Kopf schaut. Ich kann ihr nichts vormachen. Sie weiß es. Sie weiß, dass ich innerlich zerrissen bin und mein blutiger Körper eigentlich in 1000 Fetzen über dem russischen Boden verteilt ist. Sie weiß, dass ich abgestumpft bin und so viele Feinde getötet habe, dass es für 100 Leben reichen würde. Sie sieht den Schmerz, den ich verspürt habe, bei jedem gefallenen Kameraden an der Front. All das sieht sie in meinen Augen und dann kann ich mich nicht zurückhalten. Tränen laufen mir die Wangen runter und meine Mutter nimmt mich in den Arm und hält mich fest. So fest wie den kleinen Jungen, den sie auf ihrem Arm getragen hat, wenn er mal hingefallen ist. Ich weine und weine, sage Namen und Orte, wo schlimme Dinge passiert sind, fürchterliche Dinge, die nun alle in mir aufsteigen. Wie ein großer Stahlkasten, den man öffnet, wallen die Gefühle aus mir heraus. All die Monate an der Front habe ich es nun in mich hineingefressen und es gab keine Möglichkeit, es herauszulassen. Aber nun ist es raus. Langsam fange ich mich wieder und ich löse mich von meiner Mutter. Sie nimmt ein Taschentuch und trocknet meine Tränen. Das war gut so, meinte sie. Nun kannst du deine Gudrun heiraten. Sei ein guter Mann und komme immer wieder nach Haus. Das gibt sie mir mit auf den Weg. Dann entlässt sie mich in die Hände einer anderen Frau, die nun an meiner Seite stehen soll. Ich gehe hinaus, raus durch die Hintertür um noch ein wenig allein zu sein. Ich setze mich in den Garten auf die alte Bank und starre in den Himmel. Alles ist gut. Alles wird gut. Es wird Zeit. Die Kirche wartet. Gudrun wartet. Nur der Krieg, der muss noch warten. Tagebuch Ostfront Herosgruppe Süd September 1942 Ich mache mich auf den Weg. Der Weg zur Kirche in unserem kleinen überschaubaren Ort wo scheinbar die Welt noch in Ordnung ist. Ich will den Weg zu Fuß gehen und die stille Natur, das Zwitschern der Vögel und das Rauschen des Windes in den Bäumen hören. So friedvoll kann es hier sein, während am anderen Ende der Welt der Mensch des Menschen ärgster Feind geworden ist. Kein Geschützdonner, das immer allgegenwärtig zu einem durchdringt. Keine zerfahrenen Wege, durch die sich die LKWs und Kübelwagen quälen, um doch wieder Nachschub nach vorne zu bringen. Keine verwundeten Transporte, die an einem vorbeiziehen und man das Stöhnen und die Schmerzensschrei hören kann, wenn doch wieder der Transportwagen durch ein tiefes Schlagloch rumpelt. Das ernennt mich an meine Verwundungen und Transporte aus dem Frontabschnitt. Dann lieber bewusstlos auf der Pritsche als stundenlang durch geschüttelt zu werden. Ich benutze die alten Feldwege auf dem Weg zum Friedhof wo die alte Kapelle in den Himmel ragt. Sicher sind schon viele dort und freuen sich auf die Zeremonie. Ich komme an einem Waldstück vorbei wo wir damals als Kinder Soldat gespielt haben. Mit langen Ästen haben wir die Gewehre gegeneinander gerichtet und geschossen, geschossen was das Holz so hergab. Wir mit unseren kurzen Hosen im Gestrüpp, immer die Beine zerrissen und die Hemden schmutzig, den Ärger vom Vater wenn die Mutter wieder waschen musste. Kindheit. Unschuld. Und jetzt? Nicht nachdenken. Aber das Spielen hat auch immer viel Spaß gemacht und wer getroffen war musste liegen bleiben und bis 20 zählen. Was ein Spaß damals und jetzt? Wer getroffen wird bleibt für immer liegen. Kein zählen. Kein Spiel mehr. In der Ferne sehe ich schon den Kirchturm. Ich kürze ab und gehe über die Wiese. Da plötzlich ein Motorengeräusch. Schon spannt sich mein Körper an. Ich will es gar nicht, aber es passiert einfach. Ich sehe mich selbst leicht gebückt, halb in der Hocke in den Himmel spähen. Bereit los zu springen und sich in die nächste Deckung zu werfen. Ich bewege mich langsam vorwärts und schaue angestrengt in den Himmel. Mein linker Fuß gleitet nach rechts weg und ich schaue nach unten. Natürlich ein Kuhfladen in den ich reingetreten bin. Und jetzt sehe ich auch die Quelle des Geräusches. Eine U52 zieht bedächtig über unseren Ort dahin. Gerade so als ob sie mich verhöhen will. Nun stehe ich da in meiner Uniform und die schönen Stiefel voller Kuhmist. Na da mal ran an die verflixte Hinterlassenschaft der Wiederkäuer. Schnell ist der Stiefel gereinigt und nun muss ich mich doch sputen. Aber bei diesem Minenfeld bin ich doch vorsichtiger. Das sollte mir jetzt nicht noch einmal passieren. Auf dem Weg zum Kirchhof kommen mir die Hitlerjungen entgegengestürmt. Mit stolzer Brust gehen sie im Gleichschritt neben mir her. Gerade so als ob es zu einer Parade geht. Sie feixen und kichern ausgelassen und ich sehe immer wieder die großen Augen mit denen sie die Uniform und die Orden bestaunen. Vor der Kirche haben sich viele Leute versammelt. Alle schön angezogen, mit Blumen und Gelanden bewaffnet und ich denke die haben auch viel Reis in den Taschen. Auch einige von Vaters Schützenverein sind da und auch ein paar Soldaten im Uniform kann ich erkennen. Wir gehen hinein und die Kirche ist gut gefüllt. Ich gehe bis zum Pastor vor und stelle mich an meine Position. Die Glocken beginnen zu läuten und schnell werden die letzten Plätze eingenommen. Nach einer gefühlten Ewigkeit verklingt das Geläut und ganz langsam öffnen sich erneut die großen schweren Flügeltüren der Kirche. Nun kommt sie herein meine Gudrun, die schönste Braut auf der Welt. Am Arm der Herr Vater, der nun bald mein Schwiegervater sein wird. Langsamen Schrittes geht es auf den Altar zu. Unter dem Schleier kann ich gut die klaren blauen Augen und die vollen roten Lippen erkennen. Sie schenkt mir ein Lächeln, aber ich merke doch das sie etwas angespannt ist. Kurz vor dem Altar übergibt mir Gudruns Vater ihre Hand und in einem fast geflüsterten aber doch brummigen Ton gibt er mir seine Tochter mit den Worten Nun bist du der Mann der sich um sie kümmert. Mit einem Lächeln dreht sich der alte Haudegen und Weltkriegsveteran schneidig um, hat er nicht verlernt. Nur seine Beinverwundung lässt ihn noch leicht humpeln als er zu seinem Platz geht. Nun stehen wir hier nebeneinander und schauen uns an. Alles verfliegt aus meinem Kopf und ich habe nur noch Augen für sie. Der Pastor hält eine schöne Rede und ich fühle mich wie in den Wolken. Als wir uns das Ja-Wort geben geht ein Schluchzen durch die Kirche und die versammelte Damenwelt überbietet sich mit dem leisen Schnäuzen der Nase. Auch ich bin den Tränen nahe, muss mich aber jetzt zusammenreißen. Ich küsse Gudrun und fühle mich als ob ich nach einer langen Reise angekommen bin. Ja der Hafen der Ehe, wir haben angelegt und nun steht uns die Welt offen. Alle in der Kirche erheben sich und wir schreiten durch den Mittelgang. Die großen Flügeltüren sind geöffnet. Der Organist spielt herrlich und die Glocken beginnen zu läuten. Damit es alle hören können. Hier wurde geheiratet. Das Glück ist hier zu finden. Schaut her und teilt mit uns die Freude. Als wir ins Licht der Sonne treten wird zaghaften Reis geworfen. Der Schützenverein ist angetreten und unter einem Säbelspalier schreiten wir zu unserem Wagen. Schön haben die das gemacht, toll mit Blumen und kleinen Bändern. Wir lassen uns noch etwas feiern und nehmen danken alle Glückwünsche entgegen. Die Brauteltern sind schon auf dem Weg zum Dorf Krug. Dort gibt es Kaffee und Kuchen für alle und ich bin froh, dass meine Schwester unter den Gästen ist. Ein Lächeln rutscht durch ihr Gesicht als sie mich erblickt und ich bin guter Dinge, dass sie für ein paar Stunden den Schmerz vergisst. Wenn Willi jetzt hier wäre, dann würde wirklich was los sein. Der konnte den ganzen Saal zum Lachen bringen. Es ist ein wunderschöner Nachmittag, reichlich Kaffee und Kuchen, später auch mal ein Likör werden gereicht. Die Männer ziehen mich später ins Herrenzimmer und mit einer Zigarre bewaffnet muss ich doch noch ein paar Kriegsgeschichten zum Besten geben. Aber ich habe mir vorgenommen nur die lustigen Dinge zu erzählen und wir können viel darüber lachen was so alles schief gegangen ist. Am frühen Abend verabschieden sich die Gäste nach und nach und auch ich spüre, dass die Eltern auch nicht mehr so viel Schwung haben wie früher. Sie werden halt auch älter. Trotzdem bleiben auch noch ein paar hartnäckige Freunde und trinken das eine oder andere Bier mit mir. Aber vorausschauend wie ich halt bin halte ich mich zurück. Abends um 10 Uhr ist dann endlich Feierabend und wir ziehen uns in Gudruns Wohnung zurück. Sie lässt mir ein heißes Bad ein und springt dann später nachdem überall Kerzen brennen mit in die Badewanne. Nicht viel Platz hier drin aber wir finden einen Weg wie es dann doch sehr gemütlich wird. Nach einer schönen Nacht sitzen wir zusammen am Frühstückstisch mit den Schwiegereltern. Alle sind gut gelaunt, eine tolle Hochzeit, ein schönes Fest. Ich kann mich gar nicht genug bedanken. Mein Schwiegervater meint zu mir ob ich mir vorstellen könnte später mal in seine Firma einzusteigen. Ein kleiner Betrieb der Kugellager und Metallteile herstellt, 10 Angestellte und ein gut gefülltes Auftragsbuch das sind schon schöne Aussichten. Damals nach meinem Abitur habe ich eine Feinmechanikerlehre gemacht bis ich dann freiwillig zur Wehrmacht ging. Aber das wäre tatsächlich eine Möglichkeit später eine Familie zu ernähren. Mein Schwiegervater ist ein wirklich netter Mensch und hat ein Gespür für gute Geschäfte. Ja es wäre mir schon eine Ehre dort mit einzusteigen. Und soweit ich gut und verstanden habe wäre es für sie auch eine schöne Verbindung. Aber erstmal den Russen besiegen meint mein Schwiegervater und dann machen wir Nägel mit Köpfen. Ich denke nach und mein Gesicht zeigt einen ernsten Ausdruck. Aber ich möchte jetzt diese heilvolle Stimmung nicht verderben und stimme ihm zu. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen. Denn ich weiß dass die Leute an der Heimatfront nur die Erfolgsmeldung bekommen. Sei es drum irgendwie wird das schon klappen. Noch zwei weitere Tage zu Hause und ich muss wieder an die Front. Ich verbringe die Zeit mit Gudrun und wir genießen die Zweisamkeit. Wann ich denn wieder Urlaub bekommen würde fragte sie mich. Dazu kann ich nicht viel sagen. Denn ich denke dass die nächsten 6 Monate nichts draus werden wird. Aber wir wollen nicht zu schwarz malen. Die Zeit wird zeigen was möglich ist und was nicht. Der Abschied naht und mir wird das Herz schwer. Voll beladen mit Essen von meiner Mutter und Fotos meiner liebten Gudrun werde ich zum Bahnhof gebracht. Ich möchte nicht gehen aber es wird nun mal Zeit. Meine Eltern sind natürlich traurig dass ich wieder los muss aber sie wissen auch dass ich versprochen habe immer wieder nach Hause zu kommen. Meine Schwiegereltern geben mir die besten Wünsche mit und sogar meine Schwester ist am Bahnhof um mich zu verabschieden. Komm wieder Rudolf flüstert sie mir ins Ohr und lässt mich dann los. Zuletzt halte ich meine Gudrun lange im Arm. Alle sind schon eingestiegen und der Schaffner wird schon nervös. Der Zug rollt an und ich muss jetzt loslassen. Vergiss mich nicht ruft Gudrun mir noch hinterher. Ich lächle und schicke tausend Küsse in ihre Richtung. Wie könnte ich dich vergessen mein Schatz rufe ich noch. Aber es geht im Pfeifen der Lok unter. So sollen sie sich an mich erinnern. Freulich am Zug hängend und mit guter Laune Richtung Osten. Alles andere wäre nicht gut. Ich steige ein und finde einen Platz ganz in der Nähe der Fenster. Beschwerlich geht es wieder Richtung Front. Stunde um Stunde holpert der Wagen durch die Landschaft und ich nutze die Zeit um den Schlaf nachzuholen. Das wurde aber auch Zeit, denn bei Gudrun habe ich nicht viel Schlaf bekommen. Wieder auf dem Weg zur Front. Wo meine Einheit jetzt wohl sein mag. Ich denke viel an die vergangenen Tage. So will ich leben. Das wäre schön. Nur in einem Stück bleiben. Das wäre noch besser. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Oktober 1942. Der Zug rumpelt durch die Nacht. Es geht nicht schnell voran denn immer wieder werden andere Züge auf unser Gleis gelegt. Die bringen Nachschub an die Front damit es auch dort weiter geht. Das Land ist so groß man kann es nicht glauben wenn man es nicht selber gesehen hat. Ich komme weiter bis in die Nähe von Tscharkow. Hier ist die Bahnstrecke unterbrochen. Es wird erzählt das hier schon Partisanen die Brücke über den Fuß gesprengt haben sollen. Das hat mir noch gefehlt. So komme ich nie nach Mostock. In der Ortskommandatur melde ich mich an und erfrage da auch gleich wie ich weiterkommen soll. Ich habe ja noch ordentlich Weg vor mir aber ich lasse mir erstmal alles bestätigen damit es nachher nicht heißt ich hätte getrödelt. Als ich dann etwas niedergeschlagen vor dem Haus sitze und überlege wie es weitergehen soll hält ein Horch direkt vor meiner Nase. Ein Oberfeldwebel der Luftwaffe steigt aus und er hat den rechten Arm in einer Schlinge. Ich stehe auf und grüße zackig. Der Oberfeld grüßt mit der Linken zurück geht ja auch nicht anders. Ich setze mich wieder und warte ab, ob ich mir hier noch eine Mitfahrgelegenheit besorgen kann. Nach 15 Minuten kommt der Oberfeldwebel wieder heraus und schaut mich an. Ich weiß nicht recht was er will aber dann kommt mir das Lächeln doch bekannt vor. Das ist der Schulfreund von meinem ehemaligen Kommandanten Hansen. Klar Oberfeldwebel Sozeck. Seine Me 109er haben uns damals in Scharkow aus der dicksten Suppe herausgehauen. Der scheint ja nicht genug zu bekommen in dieser Ecke. Wir geben uns die Hand und er nimmt mich mit zu einer Unterkunft in der wohl die Luftwaffen Soldaten ein und aus gehen. Wir bekommen einen heißen Kaffee und dann muss ich es erzählen. Alles erzählen was damals auf Höhe 301 passiert ist. Es fällt mir nicht leicht aber ich berichte genau wie es mir ergangen ist und auch das was mir meine Kameraden erzählt haben. Nachdenklich schaut der Oberfeldwebel Sozeck ins Leere. Dann murmelt er, übergelaufen? Glaube ich nicht dran. Entweder Kriegsgefangener oder er ist gefallen. Aber zum Russki? Niemals. Wir sprechen noch viel über Hansen und was in den letzten Monaten an der Front so passiert ist. Meine Verwundung, die Hochzeit und mein Versuch nach Hause zu kommen. Er legt keine Förmlichkeiten an den Tag und nennt mich Rudolf. Aber ich kann einen Oberfeldwebel nicht einfach mit Du ansprechen. Und so umschiffe ich diese Klippe geschickt aber natürlich merkt er es. Sagt aber nichts dazu. Nach 30 Minuten fragt er mich wohin ich eigentlich muss. Nach Mostock soll es gehen aber hier vor Scharkow geht es momentan mit der Bahn nicht weiter. Auch das kriegen wir hin meint er und wir klettern zusammen in den Horch. Er braucht etwas länger mit seinem lahmen Flügel. Ich frage nach der Verwundung und er lacht lautlos. Hingefallen bin ich voll wie Naubitze nach einem richtig schönen Arm mit dem Fronttheater. Dolle Truppe. Nur nicht ausplaudern. Die denken alle ich wäre tatsächlich verwundet. Flasche Port für den Stabsarzt und ich habe meine Ruhe. So wird es gemacht. Nach einer Stunde sind wir auf einem Feldflugplatz der voller Transportmaschinen steht. Ein paar Jagdmaschinen stehen da auch aber die scheinen nicht zu starten. Ich soll warten, er wäre gleich zurück. Es dauert nicht lange und er ist wieder da. In zwei Stunden fliegen die Ju 52 in die Nähe von Mostock. Ich könnte mitfliegen, hat er eben mit der Besatzung gesprochen. Er ruft mir mit einem Lachen zu, dass ich das ja eh mal vorhatte. Und nun geht es los. Da an einem Jäger kein Platz für zwei Leute ist, muss ich wohl den fliegenden Bus nehmen, scherzt er noch. Ich bin baff. Das ist doch mal was. Hoffentlich fallen die nicht vom Himmel, wenn ich da drin sitze. Hansens Schulfreund verabschiedet sich und meint noch, wenn ich mal wieder in der Nähe seiner Staffel wäre, sollte ich ruhig mal auf einen Schluck Flieger Wasser vorbeischauen. Artig bedanke ich mich nochmals und dann stehe ich vor der Stabsbaracke des Transportgeschwaders. Die Tür schwingt auf und ein gut gelaunter Obergefreiter mit starkem Berliner Akzent kommt freudig auf mich zu. Das bist du wahr, das Panzerass vom Terek, fliegst mit. Mit den Worten geht es zur Maschine und wir steigen ein. Abflug in 20 Minuten. Wer noch mal in die Büsche muss, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt gibt er mir zu verstehen. Etwas später habe ich es mir zwischen Postsäcken, Verpflegung und Medikamenten gemütlich gemacht. Wo der mein Fallschirm wäre, frage ich den Berliner. Der Twögelchen stürzt nicht ab, kannst geloben, wa? Fertig war das. Also ich brauche dann wohl auch keinen Fallschirm. Die restliche Besatzung steigt ein und die Motoren laufen warm. Ich bin doch etwas aufgeregt, aber auch neugierig wie das Fliegen so ist. Unheimlich laut wird es, mit einer Verständigung sieht es sehr schlecht aus. Wir starten. Wir fegen die Landebahn entlang und ich merke wie sich das Heck langsam anhebt. Dann hört das Rumpeln auf und wir steigen in den Himmel. Tolles Gefühl hier drin zu sein. Wir drehen einige Platzrunden bis alle Maschinen in der Luft sind. Zuletzt noch zwei Jagdmaschinen und dann geht es Richtung Terek. Ich schaue aus dem Fenster und kann viele Details am Boden erkennen. Sogar wo die heftigen Kämpfe waren, lässt sich hier leicht an den Kratern und Trümmern erahnen. Ich hoffe nur, dass keine Russenflieger oder Flak uns in die Suppe spucken. Ich bin dann wohl irgendwann eingedöst und werde durch das Schaukeln der Maschine geweckt. Das ist doch sicherlich nicht normal und ich versuche aus dem Flugzeug zu schauen. Schwierig denn ich werde hin und her geworfen. Nun erkenne ich auch das Problem. Vier Russenjäger greifen uns an, zwei nehmen sich die M109er vor und zwei greifen uns an. Die fünf Jus gehen in den Tiefflug über und locken so die Jäger in den Feuerbereich der Erdtruppen. Kurven müssen wir trotzdem, denn die kleinen Mistdinger kleben an uns wie verrückt. Die Erdflag hat scheinbar aufgepasst und ich kann auch gerade so einen Russenjäger auf dem Boden aufschlagen sehen. Immer mal wieder sehe ich unseren Jagdschutz, der sich mit den anderen Russen eine wilde Kurbelei liefert. Nach kurzer Zeit steigen wir wieder. Der Bediener kommt zu mir und schreit mir ans Ohr, alle vier Wäsche mach, dit können die Brüder eben. Nach einiger Zeit landen wir und ich bin doch heilfroh wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ich verabschiede mich von den Fliegern und spreche eine Einladung aus, dass die mal vorbeischauen sollen bei unserem Regiment. Sicher kann ich da auch was organisieren. Es ist schon Abend geworden und ich komme hier erstmal nicht weiter. Ich werde in eine Unterkunft zu ein paar Panzerspehern geschickt und dort natürlich herzlich aufgenommen. Ein paar Leckerbissen aus meinem Rucksack werfe ich mit auf den Tisch und es wird ein lustiger Abend mit den Kameraden. Die Panzerspeher machen ihre 6 Rad und 8 Rad Spähwagen fertig und wollen wissen ob ich ein Stück mit möchte. Es geht zwar nicht bis nach Mosdok aber in die Nähe würden sie schon fahren. Natürlich bin ich dabei. Los gehts und wir fahren zügig über die Rollbahn. Die Wagen sind schnell unterwegs aber bei mir wäre das etwas zu wenig Stahl zwischen mir und den Russen. Eine Stunde später sind wir an einer großen Feld Artillerie Stellung angekommen und ich verabschiede mich von den Kameraden. Von hier komme ich sicher weiter. Es dauert auch nicht lange und ich schnappe mir einen Lkw der tatsächlich Richtung Mosdok fährt. Ich muss hinten mitfahren denn im Führerhaus sitzen schon 3 Mann. Wir holpern über schlammige Wege und ich werde ordentlich durchgerüttelt. Ich schnappe mir noch was Essbares aus dem Rucksack und schaue mir Bilder von Gudrun an. Meine Frau Gudrun. Wie das klingt. Meine Ehefrau. Als wir in Mosdok ankommen suche ich nach meiner Einheit und frage mich durch. Hier sieht alles recht hektisch aus. Alles läuft durcheinander und verstaut Sachen oder es werden Fahrzeuge beladen. Ich halte einen Unteroffizian und frage was hier los wäre. Der Ivan, der Ivan ist los, ist durchgebrochen und drückt gegen unsere Linien. Die Stäbe und Trosse verlegen zurück und die Front wird begradigt. Alles südlich des Terek soll wieder zurück und abwarten was die Roten wirklich machen. Schöner Mist meint er noch. Das hört sich alles nicht gut an. Beim Spieß melde ich mich zurück und gebe meine Papiere ab. Glückwünsche werden ausgesprochen und Schmidt gießt fix mal einen Schnaps für uns ein. Zack und runter damit. Was es Neues geben würde. Außer das der Russe Ärger macht und uns wegschieben will. In kurzen, knappen Sätzen kriege ich zu wissen, dass die Ausfälle recht hoch waren in den letzten 14 Tagen. Der Russe wirft Unmengen an Panzern und Flugzeuge gegen unseren Frontabschnitt. Die haben jetzt kurze Wege. Wir nicht. Das klingt alles nicht gut. Ich soll warten, bis mein Zugführer wieder da ist. Dann weiß ich was mit mir passieren soll. Bis dahin gibt es noch einen Schnaps. Das hilft schonmal. Kurze Zeit später kommt der Zugführer rein und begrüßt mich herzlich. Mit einem ernsten Gesicht sagt er mir. Da ist er wieder und nun verheiratet. Schlimmer kann es ja nicht werden. Wir brauchen Kommandanten. Siehts aus. Mit einem Lächeln sage ich. Kann losgehen Herr Hauptmann. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Oktober 1942 Nachdem ich mich mit dem Kompanieführer besprochen habe, suche ich mein altes Quartier auf. Alles war hier in Aufbruchstimmung. Aber wir sollen doch nun als Speerspitze und auch als mobiles Verteidigungselement genutzt werden. Wir bleiben noch in Mostok. Hier versuchen wir mit den wenigen Fahrzeugen dem Russen die Stirn zu bieten. In meiner Abwesenheit war einiges passiert. Wir hatten viele Ausfälle an Panzern und leider auch einige Kameraden haben es nicht geschafft. Scheinbar sieht der Russe die Position hier doch als wichtig an und drückt von allen Seiten. Vorwiegend sind es jetzt Reiterregimenter die uns das Leben schwer machen. Die sickern nachts in großen Gruppen unbemerkt durch die dünne und nur stützpunktartig besetzte Frontlinie und stehen dann plötzlich im Rücken unserer Truppen oder greifen den Nachschub an. Das wiederum schwächt die Fronttruppe, da wir die Nachschubwege auch wieder sichern müssen. Es sind einfach nicht genug Einheiten hier, die Sicherungsaufgaben übernehmen könnten. Mittlerweile wurden Kosakeneinheiten in unseren Bereich beordert, um diesen Überfällen Herr zu werden. Am Abend sitze ich mit einigen Kameraden zusammen und muss alles aus der Heimat erzählen. Die Hochzeit, die Feierlichkeiten und natürlich wollen die Kameraden auch die schlüpfrigen Details der Hochzeitsnach wissen. Aber das teile ich nicht, mit niemanden und das wird auch so bleiben. Ich erzähle von meinem Flug mit der Ju 52 und dass ich doch lieber im Panzer sitze, wenn die Roten an mein Fell wollen, als in so einer Blechkiste wo jeder Stein durchgeworfen werden kann. Nach einer unruhigen Nacht geht es am nächsten Morgen zur Lagebesprechung. Wieder stehe ich als einziger Obergefreiter unter den alten Kommandanten. Auch hier haben sich die Reihen gelichtet. Nicht nur Feldwebeldienstgrade, sondern auch zwei Unteroffiziere stehen mit mir bei der Besprechung. Na die Lage ist dann wohl wirklich verzweifelt und jetzt ist es wichtig, dass der erste Mann im Panzer Erfahrung hat. Da zählt nicht mehr der Dienstgrad. Auch das merke ich hier unter den alten Hasen. Man wird behandelt wie ein Kamerad der schon was geleistet hat. Die Lagekarte sieht aus, als ob hier viele Linien und Standorte eingezeichnet worden sind, dann wieder ausradiert und wieder eingezeichnet worden sind. Also immer wieder ein Wechselspiel wer hier welchen Bereich besetzt hat. Wir bekommen Informationen, dass ein weiter vorgeschobener Posten mit Artilleriebeobachtern und Pionieren schon seit zwei Tagen abgeschnitten ist. Aufgrund der günstigen Geländeverhältnisse können die Russen diesen Bereich nicht überrennen. Aber zurück können unsere Leute auch nicht. Also sollen wir mit zehn Panzern einen Stoßkeil bilden. In der Mitte die Panzer 3, rechts und links die Stummel und am Ende unser letztes Langrohr. Gott hätte ich auch gerne mal so ein Panzer in der Hand. Aber es soll noch nicht sein. Wir bereiten uns vor, maximal aufmunitioniert geht es an den Feind. Hinter uns folgen noch drei Schützenpanzerwagen mit Infanterie die im Notfall mit unterstützen sollen. Wir halten uns zwischen dem Lenin Kanal und dem Terek. Ich erinnere mich an den Berliner Flieger und den Spruch der Panzerass vom Terek. Nun ein Panzerass bin ich bei weitem nicht, aber ich lebe noch und das ist am wichtigsten. Abschüsse? Ja das waren schon mehr als 20, da sollte ich mal zählen. Aber die Frage ist als Richtschütze oder als Kommandant. Ist aber auch egal, jetzt wirds erstmal ernst. Wir rücken vor, der sandige Boden macht den Panzern schwer zu schaffen. Meine Kameraden im Panzer III hatten sieben Einsätze mit verschiedenen Ersatzkommandanten, aber in der Regel war es Sicherung oder Abwehr. Kaum Angriffsoperationen sind sie gefahren. Aber alles ohne Schramm und ich habe das Gefühl, dass sie froh sind, dass ich wieder da bin. Wir haben die Luken noch auf und ich stehe im Turm. Da kommen auch schon die roten Flieger. Das hat mir Schmidt schon erzählt, sobald wir irgendwo losfahren sind nach einer Stunde oder auch früher die roten Flieger da und schmeißen uns was auf den Kopf. Ich würde fast sagen, dass die Russen einige Informanten in Mosdok haben. Wir fächern auf und machen die Luken zu. Wenige Möglichkeiten um uns zu treffen und wir müssen wilde Sau spielen. Unser Fahrer erkennt das Spiel schon und wir hören die Bomben und die Bordwaffen der Angreifer. Flak haben wir nicht dabei und unsere Schützenpanzerwahren feuern mit ihren MG auf die tief angreifenden Yaks. Nach 20 Minuten ist der Spuk vorbei. Zwei Panzer sind ausgefallen und bleiben liegen. Wir lassen eine Sicherung aus Infanteristen bei den Panzern und weiter geht es. Noch knapp 15 Kilometer bis zu dem kleinen Kessel. Wir kommen an dem ungünstigen Gelände an und machen eine kurze Marschpause. Der Kampfgruppenkommandeur befiehlt den Verband zu teilen und wir sollen von beiden Seiten an den Kessel heran. Die eingeschlossenen sollen dann mit uns über die linke Flanke ausbrechen, während wir rechts ordentlich Rabatz machen und den Russen ablenken. Ich komme mit meinem Panzer in den rechten Flügel. Also vier Panzer ohne Infanterie nach rechts und der Rest nach links. Wir sollen den Angriff beginnen und nach 10 Minuten greifen dann die anderen an, größtmögliche Verwirrung stiften und dann die Kameraden raushauen. Na dann. Wir quälen uns durch Sand und Stein bis endlich das unfreundliche Gelände hinter uns liegt. Unser Führungspanzer gibt durch das wir noch knapp 1000 Meter vorrücken und dann in Keilformation angreifen. Das Langrohr kommt in die Mitte und kann so am besten wirken. Wir sind in Position und der Angriffsbefehl kommt. Wir haben ein paar Russenstellungen ausgemacht, aber die haben uns noch nicht bemerkt. Wäre auch egal, wir öffnen gleichzeitig das Feuer. Als ob man in ein Wespennest sticht geht der Zauber los. Wir feuern auf erkannte Ziele und versuchen so erstmal den Russen abzulenken. Ein paar T34 rollen aus gut getaten Stellung los und stellen sich uns in den Weg. Sicher denken die das wir der Hauptangriffsverband sind, aber die werden sich noch wundern. Es dauert auch nicht lange und der erste T34 platzt auseinander. Der Panzer IV Lang hat begonnen seine Ernte einzufahren. Nun haben die Russen wohl etwas mehr Respekt und sind vorsichtiger. Die ersten Packgeschosse zischen an uns vorbei. Sicher haben die ihre Kanonen gedreht und legen jetzt das Feuer auf uns. Nach 15 Minuten wird auch auf der rechten Flanke angegriffen. Schon merkt man, dass das Feindfeuer merklich nachlässt. Also rücken wir nochmal vor und rollen die ersten kleinen Feldbunker der Russen auf. Die können sich nicht halten und mit dem Mut der Verzweiflung wehren sie sich erbittert. Aber wir sind nicht aufzuhalten. Trotzdem gibt es Treffer an unseren Panzern. Ein Panzer IV wird getroffen und verliert die Kette. Wir geben Deckung, denn die Kette muss wieder rauf. Ein Albtraum für jeden Panzermann im Gefecht die Kette wieder aufzuziehen. Wir schieben uns vor den Kameradenpanzer und versuchen ihn so gut es geht abzuschirmen. Schon ist die andere Besatzung raus und versucht fieberhaft die Ketten wieder zu ersetzen. Schwerstarbeit für die Männer aber der Panzer muss weiterfahren. Wir können ihn nicht stehen lassen. Wir müssen weiter vorrollen und wir müssen versuchen den Gegner abzulenken damit unsere Männer aus dem Kessel entkommen. Drei T34 stehen schon brennend vor unserer Angriffsspitze und über Funk kommt dann der Befehl sich vom Feind zu lösen. Also scheinbar hat es geklappt. Der Fahrer legt den Rückwärtsgang ein und wir rollen langsam feuern zurück zu unserem Panzer IV. Die Kette ist wieder aufgezogen und der ganze Verband kommt aus dem Feuerbereich der Russen heraus. Nach kurzer Zeit treffen wir auf unsere Kameraden. Leider haben auch sie zwei Panzer verloren. Schwere Treffer haben die abgekriegt, nur Verletzte keine Toten. Aber beide Panzer konnten in den Schlepp genommen werden und wir verlegen langsam zurück Richtung Mostock. Auf dem Weg werden wir noch durch einen Artillerie Schlag aufgehalten aber auch der richtet keinen Schaden an. Wir haben alle Männer der Kampfgruppe aus dem Ort herausgeholt und keiner wurde zurückgelassen. Eine gute Leistung und wir können zufrieden sein. Zurück in Mostock gibt es wieder eine Lagebesprechung. Oberfeldwebel Schwerburg vom Panzer IV der den Kettentreffer hatte bedankt sich bei mir, dass ich ihm mit meinem Panzer Deckung gegeben habe. Eine Selbstverständlichkeit für mich aber ich freue mich über das Lob und die anderen Kommandanten Nicken anerkennt. Trotzdem ist die Lage heikel. Wenn jetzt schon unsere Verbände eingeschlossen werden und wir als Feuerwehr die Einkesselung aufspringen müssen, dann ist die Sache ernst. Am Abend haben wir etwas Zeit uns Zusatzverpflegung zu organisieren. Ich bin in Mostock unterwegs und schaue mir das Treiben in den Straßen an. Eine kleine Kampfgruppe aus Panzerspehwagen und Schützenpanzerwagen machen sich auf den Weg und verlassen Mostock in Richtung Süden. Wenige Russen sind zu sehen aber ein kleiner Russenjunge steht an der Straße und scheinbar unbeeindruckt rauschten die Fahrzeuge an ihm vorbei. Nicht ungewöhnlich dass die Kinder staunt die Kampfwagen anstarren aber in der Regel sind es immer gleich ein paar mehr Kinder. Ich beobachte ihn und dann drückt er sich in eine Häuserecke. Scheinbar hat er einen Zettel und schreibt irgendwas auf. Dann kommt ein anderer Junge angelaufen, schnappt sich den Zettel und verschwindet in einem Durchgang. Da werde ich sicher nicht hinterherlaufen, aber ich werde das melden. Am nächsten Morgen gehe ich zum Spieß und erzähle ihm was ich beobachtet habe. Er hört mir aufmerksam zu und greift zum Feldsprecher. Er gibt mir Bescheid, ich soll hier warten bis ein anderer Offizier da wäre. Von der Stabskompanie kommt der Leutnant Fuchs zuständig für Aufklärung. Also ein Mann der Abwehr oder doch nur ein Mann der Informationen zusammenträgt. Mir soll alles Recht sein, Hauptsache ich gebe die Informationen weiter. Ich erzähle ihm alles was ich beobachtet habe und auch das wir immer kurz nach Verlassen Mostocks einen von der Russen Ari oder von den Fliegern aufs Dach bekommen. Also Spione haben wir hier, lässt er mich wissen. Kinder. Die Russen nutzen Kinder, die alles ausspionieren und die haben dann irgendwo einen Verbindungsmann, ein Funkgerät und zack weiß der Ivan das wir kommen. Ich werde die nächsten zwei Tage dem Leutnant Fuchs unterstellt, denn ich soll ihm den Jungen zeigen. Den in diesem Chaos hier wieder zu finden ist wie eine Nadel im Heuhaufen suchen. Aber es gibt nur sechs Hauptwege aus Mostock und drei davon führen nicht zur Front. Also machen wir uns auf die Suche. Am zweiten Tag haben wir noch immer nichts Greifbares aber es soll ein Aufklärungsverband mit Panzerunterstützung ausrücken. Also begeben wir uns in die Nähe der Ausgangsstraße und warten ab. Spielende Kinder hier sind nicht ungewöhnlich. Aber wir bemerken, dass die Kinder beim ersten Motorenlärm auseinanderlaufen und sich scheinbar in Position begeben. Da sehe ich auch plötzlich wieder den Jungen vom letzten Mal. Ich zeige es dem Leutnant Fuchs und er macht sich seine Notizen. Ich werde entlassen und bin wieder bei meinem alten Zug. Kinderspione, Partisan, was kommt als nächstes. Abends schreibe ich Gudrun, dass ich sie vermisse und dass ich bald wieder versuchen werde Urlaub zu bekommen. Auch meiner Schwester schreibe ich ein paar tröstende Zeilen. Ich bin todmüde und muss erstmal schlafen. Ich denke an die Kinder, die in diesen Kriegswehren auch nur überleben wollen. Aber wenn dadurch meine Kameraden sterben, dann müssen wir was dagegen machen. Es dauert nicht lange bis ich in einen unruhigen Schlaf falle. mit dem beiden Video. Das ist wichtig.